Ja, hallo und herzlich willkommen zu Marvel Avengers Jubiläums Folge! Yeah! Wir haben es geschafft! Wir sind bei Folge 100! Wuhu! Wow, ich kann es doch gar nicht fassen. Ich bin total nervös. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, 5 Stunden aufzunehmen. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Ich, äh, naja, ich lasse mich einfach mal überraschen. Und, ja, was haben wir denn heute so Schickes vor in den 5 Stunden? Mwahaha! Ich weiß es selber überhaupt nicht. Ich lasse einfach auf mich zukommen. Äh, mal schauen, was so passiert. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass wir das hinkriegen. Ich gucke mal gerade mein Energievorrat. 180 zweimal Energie. Das heißt, wir haben noch 360 Energie zur Verfügung. Plus die 60 macht 420. So, ich steige auch noch außerdem bald Level auf. Und ich habe noch einmal volle Energie, 480. Ja, auf jeden Fall, die Spezialoperation machen wir heute auf jeden Fall weiter. So, PvP ist dabei. Also, ne, also ist alles dabei. Wir werden richtig schön viel Spaß haben in den 5 Stunden. Wow, ich, äh, kann jetzt nicht mehr. Ich bin platt. Ich bin, ich kann nicht mehr. Ich freue mich riesig drüber. So, also Notrufe würde ich sagen, haben wir noch. Ich würde jetzt aber auch gerne noch ein paar andere dazu packen, weil wir spielen ja schließlich 5 Stunden. So, und hier bräuchte ich auch nicht wundern. Das Ganze wird an einem Stück hochgeladen. Weil es eine Jubiläumsfolge ist, gibt es das 5 Stunden Aufnahme-Dingen hier komplett und in Farbe und live und... Ne, live nicht. Live-Stream habe ich jetzt nicht gemacht. Aber in voller Länge. Hier gibt es nichts geschnittenes. Alles dabei. Oh, Mann. Ich bin auch hier komplett ausgestattet mit allem Pipapo. Ich habe... Trinken hier. Gegessen habe ich vorhin noch schnell. Ich habe mir nämlich, äh, statt einen kleinen Döner, habe ich mir nämlich einen großen Döner erstmal reingepfiffen. Damit ich, äh, über die Runden komme, was das Essen angeht. Weil, äh, wenn ich Hunger kriege, dann ist dann... Oh, dann bin ich ja schlimmer wie Hulk. Das glaubt mir mal. Aber wenn ich Hunger habe, dann kommt mir nicht zu nahe. Da bin ich nämlich Hulk. Wenn ich dann nämlich nichts zu essen kriege, dann ist Ende im Jeländer. So, wir gehen jetzt noch hier bis zum Mirko. Sind voll viele neue dabei. Also ich kann die alle gar nicht aufzählen. Aber... Dazu kommen wir dann irgendwann später. Ähm, es ist ja noch genug Zeit. Ganz viel Zeit. So, noch ein bisschen davon. So, schön. Schallpunkte, davon knacken wir auch bald die 1000. Ist nicht mehr weit weg. Ja, schon, glaub ich, über 900. Nämlich nicht ganz irre. So. Jetzt haben wir natürlich erstmal genug. Ja, 954 Scheinpunkte. Wir haben 575 instabilis ISO 8. Das ist natürlich nicht gerade viel. Aber... Naja, was soll's. 57 Gemeindepunkte. 6 fehlen mir noch. So, was machen wir denn jetzt mal als erstes? So, wir haben ja Zeit. Äh, Story... Ich glaub, die lass ich heute... Jetzt in den 5 Stunden vielleicht weg. Vielleicht noch nicht. Mal gucken. Mal schauen. Wir machen nämlich jetzt erstmal hier. Speziale Präsentation. Besiege Blizzard. Blizzard ist der Boss der Mission 2. Noch kälterer Krieg. Das heißt, wir dürfen Mission 2 nochmal komplett machen. Ja, wir haben hier sonst nichts zu tun. Ne, wir sind ja immer fleißig dabei. Ja, ja. Und... Ja. Ähm... Ja, aber wenn ich daran zurückdenke, an die Anfänge, wo ich damals angefangen hab. Wann war das? Ich glaub, November 2012. Einfach mal in Marvel Avengers geschnappt. Einfach aufgenommen. Und was ist... Ihr guckt es so gerne. Es hat sich zu einem richtigen Selbstläufer entwickelt mittlerweile. Ohne Scheiß jetzt. Ähm... Krass. Ihr... Ich krieg jeden Tag mittlerweile eine Freundschaftsanfrage, um bei Marvel mit einzusteigen. Das find ich so geil. Boah, ich... Ich freu mich einfach riesig, dass das so gut bei euch ankommt. Ich bedanke mich auch für... Für jeden von euch, der diese Videos anklickt und auch liked und auch, äh... Boah, ich bin einfach nur überwältigt. Muss ich echt so sagen. Ja, bevor das Geschleim jetzt noch weitergeht, ne? Wir wollen ja nicht zu viel schleimen. Ähm... Kommen wir jetzt auch zu Mission 2. So, den Text kennen wir eigentlich, aber... Kennen wir ja eigentlich schon. Aber ich bin heute so gut drauf. Ähm... Ich würde sagen... Ich lese ihn einfach nochmal vor. Also. AEM hat Eric Sabin für das Extremes Projekt angeheuert. Er ist intelligent und kennt sich mit Waffen aus. Aber vor allem ist er ein eiskalter Killer. Ja. Wie gesagt. Wenn ich Hunger hab, bin ich der eiskalte Killer Iron Man. Dann kannst du hier so wegrennen. Dann glaubst du mir an. Da... 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 Da hilft dir selbst deine neue Rüstung nicht, die du da anhast. Da bin ich unschlagbar, du. Glaub mal. Da mach ich die... Die ganzen Sentinels und alles, was hier rumläuft, mach ich mit einem Schlag kaputt. Was ihm dann wohl auf die Ehre eingebracht hat, der erste extremst verbesserte Prototyp im Feldeinsatz zu sein. Dass AEM dafür einen Zeugner anstelle der eigenen Leute auswählt, ist verdächtig. Laut unseren Quellen arbeitet AEM eventuell mit einem externen Partner zusammen. Einen mächtigen Partner. Ja. Wem denn? Wir müssen uns reinknien und herausfinden, wer der mysteriöse Partner ist. Und wie wir ihn aus der Reserve locken können. Und in der Zwischenzeit sollten wir die Abwehrsysteme des Stark Towers aufrüsten. Schließlich wurde er nicht zum ersten Mal angegriffen. Nein. Später Stark. Erst die Arbeit, dann das Spielzeug. Ei, ei, Chef. Also erstmal Savin aufsteuchen und herausfinden, was Extremis so drauf hat. Wenn uns das gelingt, haben wir die Chance, Savin aus dem Weg zu räumen. Wenn nicht, finden vielleicht heraus, wer der geheimnisvolle Partner ist. Sobald wir Savin auf den Anzert haben, bist du dran, Stark. Halte dich bereit. Wir know, Iron Man. Halt dich bloß bereit. Empfohlene Agentenstufe 41. Ja, als hätten wir die nicht gehabt, ne? So. Haben wir denn hier Schönes? Ich hab, äh, hier, Punisher ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, lad doch nicht. Jo, Tatsache. 135 Kommandopunkte. Die hab ich ja auch so. Gerade eben parat. Nö. Ja, erstmal Belohnung einlösen. Da ist bestimmt wieder eine Menge dabei. Okay. So. 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 Oh, Freunde. Habt ihr alles schon für mich erledigt hier, oder? Warte. Ha, ha. So. Was haben wir denn hier noch? Trainiere Side-Troops auf Level 7. Ja, dort kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. Jetzt machen wir erstmal hier. Laufen wir uns warm. Geringe Gefahr. Ha. So. Chemie-Technik-Offizier. Das sind Prügler. Äh, Dr. Strange, du bleibst auf jeden Fall. Cyclops. Oh, äh, äh. Cyclops eigentlich... Ja. Hallo? Hallo? Wo bleibt ihr denn? Da. Da. Komm mal her. Ähm. Fangen wir mal erstmal so an. Muss erstmal sein. Ja, zu trinken habe ich auf jeden Fall eine Menge hier. Und zwar Cola. Ich habe nur zwei Liter. Ne, ein Liter. Ein Liter. Ein Liter. Ich komme auf zwei Liter. Ja. Ich kann nicht mehr lesen. Das steht fest. Lesen ist nicht mehr drin. Also, das kriege ich nicht mehr, ja. Also, ich bin schon blond, blöd, blauäugig, klein. Klein bin ich wirklich. Ein Meter, 66. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Meter, 66. Ja, ich bin ein kleiner Pups. 24 Jahre alt, aber ein kleiner Pups. Ja, sorry. Ich hätte mir auch gewünscht, als wäre ich lieber, äh, 1,80. Ne, aber... Naja. Was soll man machen? Man kann es sich halt nicht aussuchen. Gut, ich habe die Fruchtzwerge immer weggelassen. Die wollte ich nie. Ich habe immer zu meiner Mutter gesagt, ne, die will ich nicht. Ich will lieber noch einen Schnitzel. Dann habe ich schon auch gekriegt, statt ein Fruchtzwerge. Uh, haha, so sehe ich auch dementsprechend heute aus. Naja. Was soll's. Zum Herr Ladebalken muss ich heute nichts sagen. Der hat, äh, das ist hier, äh... Den verzichte ich lieber. Der kommt ja eh nicht in Fahrt. Doch, kommt er wohl. Er darf jetzt auch mal. So, wir... Oh, das ist ganz schön. Wir fangen an. So, direkt mal ein bisschen Schaden hier. Was mich nur aufregt, dass es gerade zeitversetzt ist, aber... Naja. Besser als gar nichts. Anwürf! Jawohl! Dr. Strange hier. So, jetzt geht's wieder. Gott sei Dank. Oh, oh. Hallo? Der ist jetzt hier gleich dran. Du bist dran. So, beweg dich und du bist ein toter Mann. Hallo? Hab ich hier das erlaubt? Mein Freund? Nein, mach du hier nicht, Dr. Strange Blood! Nein! Oh, scheiße! Nein! Oh, geht ja schon scheiße los. Das hast du davon. Und warte mal ab. Das kriegst du wieder. Hier. Pass auf. Hier. Bam! Das hast du davon. Tschüss, Arrivederci. Ich kann ihn nicht mehr sehen, du hässlicher Vogel. So, du kriegst jetzt das nächste ab. Bam! So, brenn mal schön. Das hilft dir auch nicht weiter. Was soll ich jetzt mit dir machen? Weißt du, was ich jetzt mit dir mache? Du scheiß Chemitechnik-Offizier, du. Du kriegst ihn zum Feuerball ab und dann... Ne? Ab. Tschüss. Würde ich mal so sagen. Scheiße. Jetzt kriegt Dr. Stranger Things ab. Ich wollte ihn noch auf Level 6 haben heute. So, was haben wir denn hier? Held Cap nach dem Kampf zurück. Ja, äh, Black Widow, du darfst auch mal. Wir müssen die Identität von Ice Partner in Extremis-Geschäft aufdecken. Bring sie den Kurier im Leben zurück, damit wir ihn befragen können. Also, Black Widow, nicht immer hier rumtöten. Das wollen wir nicht. Das geht nämlich mal so gar nicht. So, ähm... Mittlere Gefahr. Ich glaube, da können wir Cyclops noch weniger nehmen. Haha, hab ich mir fast gedacht. Okay. Wer könnte den... Iron Man ist nicht verfügbar aufgrund von Missionsbeschränkungen. Hab ich mir fast gedacht. Der ist ja weg. Scheiße. Okay. Bleibt so. Dann... Ja, jetzt habt ihr die Seiten getauscht. Ja, ihr... Ihr werdet euch nie einig. Aber ist ja auch wurscht. So. Ah, das finde ich noch geiler. Dass wir hier anfangen dürfen. Finde ich so klasse. So, damit hat selbe hier mit Dr. Strange nicht nochmal passiert. Nanufi. Nein. Ach ja, Nanufi. Wurde ich ja ganz vergessen. Oh, so ein Scheiß. Ja, ist klar. Jetzt verteilt er mal komplett, ne? Du auch? Ne, du machst lieber so einen Scheiß. Junge, 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 Junge. Kriegst du wieder... Tschüss. Dich will hier keiner mehr sehen. Oh, pass auf. Ja, du bist leider geschwächt. Aber machst trotzdem noch 236 Schaden. Im kritischen Zustand vor allem. Nanufi mach jetzt der auch noch. Du kannst das auch nicht lassen. Jetzt sind wir komplett. Iso. Ach, ja. Jetzt habt ihr aber auf die Fackel hier abgesehen. Aber, Freunde. Das macht ihr nicht mit mir hier. So, du wirst jetzt noch schön vergiftet. Da habe ich die Schnauze von dir. Ich kann deine... Wenn du mich hier vergiftest, dann ist hier Schluss. Oh, 250. Oh, du bist weg. Bist du sicher, dass du das machen willst? Chemietechnik. Verwalter. Alter, Falter. Sonst war du ein bisschen Verwalter. Linderungsschub für alle. Oh, angreifen darf ich auch nochmal. Das finde ich auch klasse. Nano-Fieber. Juhu. Ne, nicht Juhu. Ach, ich müsste ja auch noch aufladen hier. Aber dafür wird er dann auch wieder geheilt. Das ist natürlich sehr gut. Das ist... Das ist... Perfekt ist das. Perfekt, perfekt, perfekt. So, 135. Und jetzt müsste das, wer kritischer hinfährt oder auch nicht. Eigentlich müsste es reichen, da er noch verbrennt. 65, 74 zieht es, glaube ich, ab. Das müsste reichen. Jawohl. Juhu. Alle überlebt. Und die steigen Level auf. Juhu. Level 42. Wir haben 5 Gold. Klasse. Dr. Strange ist auch bald so weit. Dauert nicht mehr so lange. Black Widow ist fertig. Die Spur ist tot, Agent. Wir haben den Kurier gefunden. Er wurde in seinem Versteck erhängt. Keine Spur vom Täter. Jetzt wird es aber brutal hier. Mit wem auch immer wir es zu tun haben. Sie sind gerissen, organisiert und brutal effizient. Keine gute Kombination. 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 Oh, Mucke. Kriegen wir denn hier schönes? Ein Fokus-Paket. Ach, das war klar, dass das wieder passieren muss. Hatten wir ja noch gar nicht. Werbung. Ja, das musste ja irgendwann kommen. So, das hätten wir auch erledigt. So. Dann haben wir ihn hier. War Machine. Ne, hab ich nicht. Hab ich nicht. Okay, jetzt gucken wir aber mal. So, Dr. Strange bleibt auf jeden Fall. Oh, ich will Cyclops eigentlich trainieren. Ach, komm. Black Cat, komm mal rein. So. Juhu. Dürfen wir anfangen? Jawohl. Tony Stark, komm, wir holen dich mal direkt. Wer bist du denn? Ist das nicht Captain Britain? Das war's? Oh, Mann. Da hab ich jetzt aber mehr erwartet. Alter, der hat doch Schatten hat der. Och, die Chemo-Salve. Ja, sowas liebe ich ja hier total. Ja, hier. Blut ist auch noch. Und Kampfreflexe. Greift keiner Black Cat an. Aber so dollst du Deck, dass Stranger nicht angreifen bist du denn? Das ist Wahnsinns. Alter Falter. Die darf noch mal, ne? Oh, scheiße. Oh, Mann. Das ist ja schwerer, als ich gedacht hab. Hab gedacht, das geht mal einfach jetzt ganz schnell hier. Obwohl, so ist auch gut. Alter, das überlebe ich doch nie. Na, schön ausgewichen. Bam, bam, bam. So, ob du das nochmal machen willst, das weiß ich nicht. Boah, schön kritischer Schaden. Das ist, das war's für den Chemitechnik-Director. Der ist weg. Aber jetzt sind wir alle irgendwie... ...dran. Vor allem ich hier. Ich hab alles hier. Ja, ich muss, äh, heilen. Geht schon los. 109er Warmasse haben wir. Wird mal ein bisschen versorgt. Oh, der ist weg. Alter, du spinnst doch. Ja, wunderbar. Was haben wir denn? Molotow 3. Oh, der muss ja richtig Schaden machen. Oh, oh. Das sieht nicht mehr gut aus. Zwei vergiftet. Aber das hast du davon. Du blutest jetzt zweimal. Reicht aber noch nicht. So, komm, hier. Nimm noch einen Schub. Ich muss das auf ihn machen. So, der ist schon mal weg. Geht der jetzt auf mich drauf? Dreh ich am Rad. Nein, auf Dr. Strange. Ja, okay. Das ist okay. Das geht noch. Vor allem, weil wir ausgeglichen sind. So, wir haben alle überlebt. Oh, Gott sei Dank. 85 Erfahrungspunkte. Wunderbar. Zack, 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 zack. Ja, das ist doch super. Wunderbar. So kann es weitergehen. Irgendwie ist hier Frauenpower angesagt in Mission 2. Ich weiß auch nicht, warum. Ich kann Cyclops doch hier nicht so reinstecken. Ja, kommt auf jeden Fall dann wieder die Fackel rein. Aber, aber Dr. Strange kommt hier, äh, auch rein. So. Geht ja so gar nicht, ne? Also. Folge 100. Ich kann es immer noch nicht fassen. Folge 100. Hau ihn weg! Den Verwalter, Alter. Ah, ihr könnt es auch nicht lassen mit eurem scheiß Nano-Fieber. Plasma-Flamme. Das nennt man auch Flammenstrom. Wollte ich nur so gesagt haben. Tja, ja. Hätte jemand mit dem USPV versuchen wollen hier. Ach, die sind einfach noch schlecht, die Leute hier. Oh, ho, ho. So ist fein. So, du bist jetzt auch weg. Nein, nicht ganz. Ach, das ist doch jetzt scheiße. Doch, ist er wohl. Alter. Der mechanische Schlag, der ist so übel. Ja, ihr habt es aber auch mit Dr. Strange irgendwie, ne? Warum bin ich jetzt eigentlich auf den gegangen, ich trottel? Beschleunigungsspray. Ja, da müsste ich ja eigentlich schneller werden. Eigentlich. Achso, eigentlich, aber... Das sieht, glaube ich, Marvel in der Logik nicht ganz vor. Och, das gibt's doch nicht. Mein Gott. So, jetzt bist du aber weg. Brennen tut er nicht. Mach das eigentlich hier. Ich hab doch da gar nichts zu suchen. Ausch. Haha. Da wurde sie verbrannt. Da wurde sie verbrannt. So, ich kann das eigentlich machen, wenn ich will. Weil du wärst eh gestorben, weil du verbrennst. Weil du brennst. Aber jetzt bist du ja eh tot. Und wir haben gewonnen. Schön. Dr. Strange nähert sich immer an Level 6. Okay, hier haben wir nochmal was Einfaches. Oh, hier nehmen wir jetzt aber wirklich mal... ...Cyclops rein. Wir probieren es einfach mal. Und... Dr. Strange. Ja, ja, ja. Oh, ho, ho. So, erstmal Hinderungsschub. Zukunftswissen. Ja, nein. Ausgewichen. Was, was? Ich seh keinen Schaden mehr. Was ist denn hier los? Ah. Aber hat keiner Schaden? Doch, ich. Aber ich hab nichts gesehen. Ich krieg hier gar nicht... Ich check jetzt gerade nichts mehr, aber... Ich krieg jetzt nichts mehr mit. Das ging jetzt irgendwie alles zu flott. Ja, Hinschubilis, ihr so achtet. Kann man ja immer gucken brauchen. Hat nämlich gerne. Ah, jetzt hab ich gar nichts mehr kapiert. So, du bist schon mal weg. Oh, ich darf auch mal jemanden töten. Juhu. Ja. Ich freu mich. 30 Erfahrungspunkte. Ein bisschen Kohle. Oh, wenn ich den Shot sehe, krieg ich schon die Krise, ey. Wenn ich den Shot sehe, ey. Aber kümmern wir uns ja erstmal hier drum. Ne, da ist Dr. Strange wirklich kacke. Wir nehmen ihn trotzdem. Wir machen das so wie gerade nochmal. So. Und nehmen nochmal ein bisschen Hilfe. Wofür haben wir uns die schließlich geholt, ne? Brauchen wir ja. Arschloch. Herr Wagner, bitte kommen Sie mal zu mir. Klingel des Wächters. Ja, gut. Ableckungssack, dick. Aus dem Gleichgewicht. Verstärkt. Jawohl. Kriegsverbund, nein. Kriegswahn. Ne, sowas liebe ich, ja. Linderwungsschub. USBV. Oh, oh. Autsch, Autsch, Autsch. Das hätte ich nicht gemacht. Director. Ne, ne. Das war nicht gut, weil jetzt kriegst du nämlich nur einen. Ha, 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 ha. Bam. So, der ist schon mal weg. Oh, oh. Oh, oh. Aber mit Black Hat ist nicht zu spaßen. Wo die hiebschlich wächst kein Gras mehr. 30, 30. Nanofieber. Och, Nanofieber. Dieser scheiß Director mit seinem scheiß Nanofieber. Oh. Ganz halt jetzt richtig. Hier ist die Quittung. Bas auf. Bang, bung, bang. Und. Bang, bung, bang. Tschüss. Hier ist der Verwalt da wieder da. Der haut mir jetzt sowieso das Nanofieber drauf. Dies ist wunderschön, aber ich soll da den Ruf hat hier. Oh, komm, die zwei. Das ist doch jetzt lächerlich. Oh, jetzt muss ich echt nochmal ran mit dir hier. Mit, äh, Dr. Stranger. Strange. Stranger. Dr. Stranger. So. Viel fehlt nicht mehr. Wie kommen wir denn hier her? Kehrt nach drei Kämpfen zurück. Black Rido. Rein mit dir. Hier haben wir noch so ein Ding. Dann lassen wir das direkt mal. Kombo war ganz gut. Ich trinke jetzt mal eben einen Schluck. Nach. 25 Minuten mittlerweile. Ah, lecker, lecker, lecker. Ja, Cola ist doch schon was Schönes. Ja, komm, jetzt. Okay, vips. Wehen Asinda. Ne. Miss Marvel. Das wird jetzt doch nicht so einfach. Habe ich so ein Gefühl? Ich werde ihn vorsichtshalber vergiften. Och, die scheiß Demo-Salve. Die habe ich ganz vergessen. Och, scheiße. Aber das ist schön, die Kampfreflexe bei Black Hat, die liebe ich so an ihr. Zukunftswissen, Maha Yoga, hau ihn weg. Oh, 6, 7, 2, 4, das geht. Aua. Ja, das geht sogar noch besser. Digital Knüppel. Du Knüppel. Ich komme ja nicht. Ich hole mal gleich meinen Knüppel raus. Ne, das ist pervers. So. Schnelle Gewährung. Ich werde einen sofort ein kostenlosen Zyklus gerne. Erhöht die Werte für diesen Zug erheblich. Okay. Jetzt haue ich hier eine runter. Ha, 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 ha. Das muss er jetzt sein. Ihm so und der aber eine runterhauen. Wunderbar. Ja, ich habe es verstanden. Och, der hat noch 33. Das gibt es nicht. Alter, bist du denn deppert? Was ist das denn hier für einer? Den gucke ich mir jetzt mal gleich genauer an. Na, du bist jetzt auf jeden Fall erledigt. 161. Wow. Das kriegst du wieder, Freundchen. Ich habe dir gesagt, lass bleib. Alter, der Glückstreffer ist ja Bombe. Den habe ich ja gut, dass ich ihn herausgefunden habe. So, Chemie-Technik. Ich gucke mir jetzt an, wie der heißt. Boss. Ja, Chemie-Technik. Boss, um den brauche ich mir ja keine Sorgen mehr machen. Weil, ich brauche mir ja gar keine Sorgen machen. Doch. Doch, scheiße, ich bin tot. Und Black Cat jetzt auch, oder? Nein, der geht auf Dr. Strange. Boah, jetzt ist er auch tot. Ja, jetzt sind wir hier Massen. Na, falls hier Massen sterben. Zack, 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 zack. Da ist Blizzard. Den müssen wir beschlagen. Wer bist du denn? Union Jack. Oh, das ist nur Muckis, Alter. Haha, ich sehe also übrigens, im Übrigen, das bin ich. Ich habe auch so ein Sixpack und solche Böster und sozusagen Oberarme. Das bin komplett ich. Da war natürlich nur ein Scherz. So, als erstes machen wir hier diesen Exoskelett-Panzer weg. Ich kann ihn absolut nicht ab. Ihr könnt den Fortschritt nicht aufhalten. Ja, Dr. Strange ist davor schon mal komplett für den Arsch. Black Cat musst du da rein. Ja, und War Machine lassen wir drin. Dann sind wir jetzt bei den Minibossen angekommen. Wow. Hallo? Ey. Du fliechst irgendwann um mich hier rum. Das mag ich nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, äh, meinen Spaß haben. Geh mir nicht auf den Sack. Ich will anfangen. Alter. Hallo? Herr Philipp. Agent Philipp. Also, den jetzt hier zu schlagen, wird nicht einfach. Das wird schwer, gebe ich offen und ehrlich zu. Für die Wissenschaft. Trotzdem tot, oder? Nein, tot nicht. Ich brauche so viel direkt. Ich brauche so viel direkt. Ei, 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 ei. Dann hat er nun davon. Alter, War Machine ist gleich Geschichte. Ist Geschichte. Ach du Scheiße. Das geht nicht gut. Das geht einfach nicht gut hier. Ich ahne es. Das geht nicht gut. Ja, nee. Ja, immerhin. Muss ich doch wieder heilen. Das hat alles keinen Sinn. Ich glaube, ich muss mir eine andere Taktik überlegen. Weil das verliere ich. Das kann ich nicht gewinnen. Da muss ich mir was überlegen jetzt. Ach, das ist doch doof. Ja, nur AEM wird siegen. Machen wir den Vollen direkt hier rein. Ich muss eigentlich die Fackel mitnehmen. Eigentlich probieren wir es mal so. Auch wenn das ein Fehler ist, weil wegen resistent. Aber so kann ich wenigstens das scheiß Skelett da wegräumen. Am besten wären wir ja noch Iron Man. Auch wenn dann eigentlich alles nach einem Nachteil aussieht. Warum darf der immer anfangen? Oh, du bist ein A. Ich hab jetzt was für Falsches gesagt. Agent Ahrens! Nein. Schön. So, den haben wir gleich. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Den Molotow 3 will ich mal ausprobieren. Oh, schön. Ich muss mir halt so helfen. Oh, jetzt bin ich schon ganz still wieder hier. Ich will hier nicht wegkommen. Das war klar. Komm schon, hau ihn weg. Jawoll! Der ist schon mal weg. So, ich beschäftige mich mit heilen. Nein, nicht die Fackel! Gibt's doch alles nicht. Lass mich doch in Ruhe! Haben wir noch irgendwie so ein Team, Team-Ding-Dingskirchen? Oh, nee, natürlich nicht. Jetzt muss ich mich auch noch heilen. Boah, ey, nur noch War Machine und ich hier übrig. Das gibt's doch nicht. So, alles oder nichts. Komm, treff bloß. Treff bloß. Komm schon! Jawoll! Boah! Ey, das war jetzt aber auch ein Akt. Meine Fresse. Wir haben eine solide Spur bezüglich Savings-Aufenthaltsort. Rhodes wird dich begleiten stark. Ich sende die Daten rüber. Brecht sofort auf. Verstanden. Zischen wir ab, Rhodey. Rhodey und ich sind dann erstmal im Feld-Einsatz-Direktor. Verstanden, Iron Man. Mein Gott, war das jetzt eine verkackte Geburt, ey. Meine Scheiße, meine Fresse. Ich sag halt, diese Scheißdinger gehen mir tierisch auf die Eier. Ja, nochmal ein bisschen PvP, drei Kämpfe. Ja, das ist doch auch, spring doch nicht um. Hatten wir ja lange nicht, keine Werbung. Das ist ja ganz toll. Oh! Nein, ich will nix. So. Ja, jetzt sind die SOS, äh, jetzt sind die Sentinels dran. Eine Übung macht den Meister. Ja, Rescue will ich eigentlich gar nicht erst drin haben. Die hat mich überhaupt nicht überzeugt. Deswegen lasse ich sie weg. So ein Cyclops kommt stattdessen rein. Ich will Rescue nicht drin haben. Vielleicht ist das ja auch ganz gut. Oh, freue ich mich, wenn wir gleich bei Blizzard sind. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier in einem Versuch erledigt. Dann habe ich nämlich, kann ich mich daran erinnern, nämlich letztes Mal schon nicht geschafft. Weil die machen dann auf einmal Schaden, der sich gewaschen hatte. Aber ich habe jetzt nochmal eben einen Schluck getrunken. Also, das war ja nicht so meins. Sentinels mag ich generell nicht. Wo kommt das denn hier schon her? Ja. Agent Silber. Guck, da ist die Ecke. Oh, Hulk hier. Oh, schön. Ja, nee, ist klar. Übertreibst du hier nicht. Alter. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach, das ist überhaupt nicht gut, was hier läuft. Alter Falter. Oh, Mann. Wenn ich da hingucke, kriege ich die Krise. Ich bin nicht alleine. Wenn mal einer sagt, ob ich das schaffen soll. Ja, das war halt. Ich kriege nichts mehr hin. Ich bin ja auch noch ungeschützt. Ich kann machen, was ich will. Toll, toll, toll. Geht schon wieder gut los. Ziel eliminiert. Ziel eliminiert. Halt doch die Schnauze. Okay, komm. Wir lassen doch mal Rescue drin. Nimm aber dann die Fackel rein. Oh, nee. Gibt's doch nicht. Ich will hier nicht feststecken. Oh, oh. Go, mach du was Schönes. Hau irgendeinen richtig weg. Och, nicht schon wieder so. Immerhin habt ihr Todesfrost. Aber wenn ich sowas lese. Nein. Nein. Nein, nicht der falsche. Doch, der falsche. Nein. Ich kriege die Krise. Ja. Ja. Können wir einlassen, wie ich das hier schaffen soll. Ja. 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 Ich kann jetzt gar nichts mehr sagen, ich bin so konzentriert. 820. Den mache ich jetzt weg. Ist mir egal wie. Hauptsache weg. Boah. Alter, bist du denn bescheuert? Komm, ich heim mich mit mir selber. Ich kann eh nicht wirklich was machen. Absorbiert eingehende Schadenstecke, gesundheit mit der Zeit wieder her. Ja, du kommst aber sofort. Die Überlebungsmatrix. Ah, wunderbar. Ich bin echt irgendwie angespannt. Oh, Mann. Aber immerhin ist der Schaden groß. So, alle voll. Oh, es hat der Kampf hier so lange gedauert. Riecht mich total jetzt schon auf. Schön ausgewichen. Rescue ist doch für was zu gebrauchen. Ach, nee, du. Feuerball, komm. Jawoll, der ist gleich weg. Ich hab schon mal was geplant. Müsse ich die Munition schon mal auf ihn hier. Jawoll, null. Ach, vergiftet. So ein Scheiß. Das sieht aus. Na, die Fackel nimmt Schaden. Aber das ist jetzt noch nicht so schlimm. So, der ist schon mal weg. So, jetzt darfst du schön auf die drauf gehen. Oh, weicht doch nicht aus. Das ist doch scheiße. Okay, pass auf. EMP-Granate. Durchgebrachte Schallkreise. Der dürfte jetzt eigentlich nicht angreifen. Eigentlich. Der kriegt jetzt, der kriegt jetzt hier volle Dröhnung alles ab. Hier, warte, ich hab hier. Komm hier, das kriegst du auch nochmal. Boah, ey. Ausgewichen. Wunderbar. So, dann laden wir Vorsicht haben auf. Damit ich hier ein Ende mache. So. Boah, geschafft. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, wir haben es geschafft. Ich hab nie daran gezweifelt. Du etwa, Rhodey? Natürlich nicht. Sie hat ja Übung darin. Genau, Moment, was? Ähm, oh je. Rhodey? Ich übe mit ihren alten Anzügen, wenn sie nicht da sind, Tony. Und Rhodey hat mir geholfen. Was? Ich fahre auch ihre Autos. Meine Autos? Also, das ist zu viel. Erinnern Sie mich daran, dass ich sie feure, wenn das hier vorbei ist. Mein Gott, ist das ein Akt hier. So, jetzt dürfen wir gegen Blizzard. Die Temperatur fällt. Und du gleich ebenso. So, müssen wir... So, Dr. Strange, komm her. Du kannst das gut gebrauchen. So, Blizzard. Ja, äh, jetzt tut mir leid, aber ich war total angespannt jetzt die letzten zwei Kämpfe hier. Also, das war ja... Puh... Nervaufreibend. 2.000 hat er. Eiskalt serviert. Against Rider, sie dürfen ran. Kriegsbringer Axt. Boah, schöner Schaden. Ich liebe diesen Schaden. Kann ich dich denn vergiften? Immun gegen Betäubung und Erschöpfung. Immun gegen Eisangriffe, Verbrennungen und Unterkühlung. Chancen, in jedem Zug Eis aufzubauen und die Apfel zu stärken. Wird durch Feuerangriffe entfernt. Der nächste Angriff ist garantiert ein kritischer Treffer und ignoriert Verteidigung. Oh, oh. Aber vergiften geht. Autsch. Ja, hier fahr mal schön rum. Ja, das machst du aber wunderbar. So, erstmal... Belegungsmatrix. Die habe ich, die finde ich... Also, die Attacke finde ich gut an ihr. Muss ich wirklich sagen. Eisbeam. Aua. Na toll, sie ist unterkühlt. Und den Linderungsschub gibt es nochmal oben drauf. Boah, wunderbar. 652 Schaden. Wie geil war das denn? Dr. Strange geht hier richtig ab. Genial wollte ich schon sagen. Genial. Er ist schon fast kaputt. Er hat noch 340. Boom, boom, boom. Und 27 nur. Wir sind noch fast voll. Frostpille. Au, au. Alter, das tat weh. So, das müsste sogar schon reichen. Jawohl. 422. Das war's. Ja, Blizzard. Das ging ja aber flott, die Karotti. Nein, der ist noch nicht fertig, Dr. Stranger. Gibt's doch nicht. Wir siegen Blizzard. 100 Erfahrungspunkte und die Mission geschafft. Öffnen. So, Kommandopunkte. Ich will die Kommandopunkte hier haben. Nein. Das war klar. Wir kriegen 3 Omega-Tresor-Kisten. Nein, will die haben. Gute Arbeit, Pepper. Laut Jarvis Information arbeitet AIM an irgendwas mit Miedrig-Temperatur-Supra-Leitern. Kann sich bitte jemand um den ganzen AIM-Hinterlassenschaften kümmern. Blizzard hat das mit den Kollateralschäden nicht so eng gesehen. Schon auf dem Weg, Rescue. Zack, 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 zack. Setze Rescue's Vorbeiflugangriff dreimal ein. Vorbeiflugangriff ist Rescue's erste Fähigkeit. Rescue ist bereit für Teamwork in Spezialoperationen 9, Missionen 2 und 3. Ich muss doch jetzt nicht schon wieder hier hin, oder? Bei diesen ganzen Panzeranzügen wünsche ich mir fast die Dämonen zurück. Fast. Und das von einem Mann, der vor 6 Monaten nicht mal dran glauben wollte. Halt die Klappe stark. Wird gehalten direkt auf Jury. Nur eins noch. Bei einem Angriff auf Starktower hat auch die Cybernetik, Kybernetik gelitten. Meine Anzüge lassen sich nicht mehr zuverlässig steuern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nicht sicher, ob ich momentan kampftauglich bin. Ich werde eingreifen, sobald ich kann, aber ich brauche etwas Zeit. Etwas Zeit kannst du haben, aber nicht viel. Wir werden Savin bald lokalisiert haben. Das heißt, nein. Schließt einen Auftrag ab für Mission 3. Wir müssen hier schon wieder rein. Oh, ne. Oh, Leute. Oh, ja, 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 ja. Ich will da nicht rein. Können wir nicht nochmal hier hin? Ne, wir müssen da hin. Ne, stehe ich jetzt gar nicht rein. Weil. Doch, komm. Wir machen das nochmal eben. Ist zwar dann sehr blöd, aber... Ja, das wollen wir jetzt nicht nochmal lesen. Zeit sparen. Komm hier. Wir wollen viel schaffen in den 5 Stunden. Yes, das ist nämlich schon bald rum. So. Ja, was ist jetzt nun hier? Komm. Mach hin! Wir wollen hier nicht jubiläumsmäßig warten. Plasma-Bombe. Ach, Ausgewicht. Das gibt es doch nicht. Cyclops, wie kann man nur so schlecht sein? Jetzt hakt das hier auch. Jetzt kriegen wir wieder alles ab hier. Ach. Autsch. Lass mich in Ruhe. Gut, Cyclops. Das hast du wieder jetzt sehr schön gemacht. Ja, bin sehr stolz. Ich bin ein ganz stolzer Mann. Ein ganz stolzer Agent auf meine Helden hier. Aua. Alter Falter. Alter Falter. Darf ich auch noch aufladen? Wer ist denn dran? Der ist dran. Aber egal. Machen wir den hier weg. Zapp 8. Zapp 8. So, jetzt ist der aber auch weg hier. Ja, das war's für Dr. Strange. Er wird jetzt trainieren gehen. Team. Wie lange dauert es denn? Auch zwei Stunden? Ja, die haben wir ja. Er hat ja Uniform hier. Hallo. Kaufen könnte ich mir die sogar. Ach, egal. So, Training starten. Wunderbar. So. Machen wir jetzt hier aber auch kurz einen Prozess. Wir nehmen jetzt einfach das Beste vom Besten. Iron Fist. Und die Fackel. Schnauze voll jetzt hier. Das muss jetzt hier. Ich will ganz schnell hier die Mission 2 wieder verlassen. Ich muss sie ja jetzt nochmal machen wegen Mission 13. Das ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich dachte, jetzt kommt nochmal was anderes hin. Jetzt dürfen wir den ganzen Scheiß hier nochmal machen. Schön ist, er hat ja die Chi-Heilung miteinander drauf. Habe ich ja ganz vergessen. Die hat er ja drauf. Stimmt, habe ich ganz vergessen. Stimmt ja. Aber ich bin aber auch ein Depp, du. Kann ich mir sowas vergessen. Ach, jetzt geht die Kacke schon wieder los. Aufräumen. Boah, 704. So. Der ist auch weg. Geil. Aua. Hätte ich das eigentlich erlaubt? Du hast ja wohl Schatten. Chi-Heilung. Nehmen wir mal hier. Probieren wir sie mal. Oh, wunderbar. Wieder fast voll. Ja, meine Fripszahl bricht hier gerade komplett ein. Ich frage mich, was hier los ist. So, müsste aber trotzdem reichen. An sich. Eigentlich. Jawohl. So, erledigt. Oh, jetzt kommt der Scheiß. Oh, nee. Oh, Black Widow rein. So, tschüss. Das kommt. Ach, wir sind leer. Wir nehmen mal vorsichtshalber 20 mit, weil ich steige bald Level auf. Okay, du bleibst. Nein. Nein. Und Black Hat kommt. Miss Marvel. Wunderbar. Für die Wissenschaft. Ach, nö. Hör doch mal auf zu forschen, du Depp. Ich hasse das wie die Pest. Und Chemo Salva hasse ich auch. So, der Ding ist, der ist da erledigt. Ja, nee, ist klar. Ach, gibt's noch nicht. Ich krieg die Krise hier. Alles hakt jetzt auch noch hier. Das gibt's doch alles nicht. Immerhin wunderbarer Schaden gemacht. Wunderbar. Das hast du sehr gut gemacht. Black, 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 Black Cat. Wir müssen aber G-Heilung auf dich anwenden. Die braucht es auf jeden Fall Gesundheit. Die braucht viel mehr. Ausgewichen. Was soll der Scheiß? Oh, ich krieg die Krise. Jetzt häng ich hier schon wieder fest. Ja, nee. Ist klar. Wo kriegst du jetzt auf einmal... Ja, bist du jetzt behindert oder was? Wo kommt der Scheiß denn her? Wenn ich hier anfange zu heilen, dann war es das. Munitionswahlschalter. Na toll. Iron Fist hat's schon mal erwischt. Alter! Ja, nee. Ist klar. Gibt's nicht. Ja, ich wurde besiegt. Ich hab's mitgekriegt. Oh, gibt's nicht. Und jetzt schaltet ich auch noch auf Werbung um. Ich krieg die Krise. Oh, nee. Müssen wir mal noch ein paar Notrufe holen. Und Energie. Das find ich klasse. Davon kann ich immer was gebrauchen. So, die Stunde haben wir ja mittlerweile auch geknackt. Da hab ich ja fast den Manfred vergessen. Schawarma. Sehr gut. Ich sammle jetzt einfach alle ein. Ist mir egal. So, das... Oder... Nee, komm, lassen wir mal. Das reicht. Ist keiner gut gegen den Prügler da oben? Doch, er. Ach. Muss auch mal irgendwann klappen jetzt hier. Oh, das ist so nervig. Agent Bohn! Schon wieder Miss Marvel. Oh. Geht die Krise. Autsch. 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 Aua. Alter, der ist so behindert, der Junge. Dieser Scheiß Chemo-Salmer. Geht mir alles so auf die Nerven. Oh, der ist weg. Warum ist der Spinner jetzt dran? Was ist das, der die Chaos-Granate? Alter, dann gefällt mir die hier besser. Wer kriegt jetzt halt volle Programm hier? Die Schnauze so voll. Gut, dass wir die Ski-Heilung haben. Puh. Oh, wieder voll. Ausgewichen. Ja, das kriegst du wieder. Jetzt bist du weg. Hätte das nicht gerade so laufen können. Mal ohne Scheiß. So, weg ist das Ding. Weg ist es. Warum nicht gerade so? Oh. 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 Mann, ey. Da kriegst du da, 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 da kriegst du aber echt die Krise. Ohne Scheiß. Oh, ich hasse das hier so festzuhängen. Das hätte ich mir,셔서. Oh. 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 Das seh ich nicht gerne. Autsch. Au, ja gut. Gott sei Dank. Autsch. Die wollen alle nicht hören, irgendwie. Ich hoffe, ich muss hier nie wieder hin. Blöde zweite Mission. So, gewonnen. Oh, fast selbst. So, jetzt aber. Tschüss. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Steigt noch kein Level auf. Das gibt's doch nicht. So, danach steigen wir definitiv ein Level auf. Deswegen nicht alles verschwenden. Und du kommst raus. Du kommst rein. So. Ich muss mal wieder einen Schluck trinken. Wenn das so weiter geht, erhält das nicht so viel. Die Hälfte ist schon leer. Wir haben gerade mal eine Stunde und ein paar Minuten. Egal. Ich steh das hier durch. Wär doch gelacht. Genau, hau drauf. Auch wenn du geschwächt bist. Jetzt bin ich mir über den Mund gefahren. Weil ich Inga da hängen hatte. Na, Entschuldigung. Gibt's doch nicht. Aber hier. Iron Fist reißt sich natürlich den Arsch auf. Oh, ist noch nicht weg. Hoffentlich überlebt ein Iron Fist das. Ah, schön ausgewichen. Das liebe ich. Der lebt immer noch. Aua. Jetzt ist er tot. Das hat er sich selbst zu schreiben. Das hat er sich selbst zu schreiben. Gehen wir auf Nummer sicher. Ist einfach besser so. So, um dich braucht sich keiner mehr kümmern. Weil du brennst. Hast nur noch 22. Und das dürfte jetzt auch reichen. Genau. Tschüss. So, damit steigen wir endlich ein Level auf. Die Energie ist natürlich dann wieder voll. Stufe 43 sind wir mittlerweile. Ich muss eigentlich hier forschen ohne Ende. Oh, jetzt haben wir 6 Gold. So. Sind wir gleich bei den Minibossen angekommen. So. Kombo habe ich drauf. So. So. Haha. Ach so was muss doch nicht sein. Autsch. Autsch. Weil der jetzt hier immer noch so hängt. Ey. Ich glaube mein Internet ist wieder nicht perfekt. Ach. Naja. Was will man da machen? Da kann ich nichts gegen machen. Ich kann jetzt sicher einfach sagen. Ich breche die Aufnahme ab. Weil ich habe gesagt. Ich mache hier 5 Stunden am Stück. Dann mache ich das auch. So. Schon mal vorsorgen. Dann hatten wir ja schon mal das Spielchen. Komm mal her. Der Schaden war genial, Black Hat. Das war genial. Aber kriegst du Gehaltserhöhung? Oh ne. Das ist jetzt scheiße. Mach doch einmal. Ach komm. Spielt eh keine Rolle. So. Der ist weg. Alle vergiftet. Ne. Black Hat nicht. Ein Fisk ist sogar noch verbrannt. So. Er blutet. Hat sehen vorher dunkle Leere und Todesfrosten. Ich vergifte den Spinner jetzt auch noch. Oh. Hat der Schaden. Ich glaube der ist schon. Ich glaube der ist erledigt. Weil das hier ist jetzt auch wieder erledigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn er dann überlebt. So. Ich haue dem jetzt extra noch eine runter. So. 147. Das müsste reichen. 5. Das reicht sowieso. Jawoll. Overkill sogar noch erreicht. Das sehe ich noch gerne. Das sehe ich noch lieber. So. Das ist abgearbeitet. Blackwell darfst rein. So. Du. Noch mal große Gefahr. Dann bleibt das so. Also das ging jetzt eigentlich sehr gut. Muss ich sagen. Das fand ich jetzt richtig gut. Hat auch jetzt schön Spaß gemacht. Irgendwie macht es immer nur Spaß wenn ich gewinne. Mäh. Ausgewichen. Das finde ich schon mal sehr gut. Agent Fleck. Komm. Was zeigst du mir hier? Fliegende Schwert. Auf die ist. Auf das Ding ist immer gut. Ist verletzt. Kriegt jetzt auch sofort. Die mystische Munition an die Backe. Den kümmere ich nicht jetzt zuerst. Machen wir mal so. Aber du gehst schön auf den Jungen hier drauf. Genau. 169 hat er noch. Nicht mehr viel. Plus Bonusschaden. Und noch ausgewichen. Und nochmal Bonusschaden. Nanofieber. Ja da scheißen wir jetzt drauf. Okay. Jetzt scheißen wir nicht mehr langsam drauf. Weil jetzt haben es beide. Und ich brauche mich glaube ich gar nicht mehr kümmern. Aber jetzt ist er nämlich hier dran. So. Dann machen wir den Schaden wieder höher. Auch wenn wir geschwächt sind. Ein bisschen mehr gibt es trotzdem. Ne. Eigentlich bleibt es gleich. Aber eigentlich wieder ausgeglichen. Ja. Endlich mal schön kritischer Hit gemacht. 555. So. Der ist auch weg. Das sieht jetzt schon wieder ganz gut aus. Hitzeaktive Munition. Autsch. Das immer ausweichen. Also ich bin schlecht. Kombo Vorbereitung. Und. Oh. Wunderbarer Schaden. Müsste doch sein. Ja genau. Wunderbar. So. Nächste große Gefahr abgewendet. Da ist er wieder. Fangen wir wieder mit dem hier an. Die Fackel muss einfach sein. Die Fackel muss einfach sein. So. Mission 2 neigt sich jetzt zum dritten Mal. Insgesamt jetzt in der. Seit der Spezialoperation am Ende. Zweimal jetzt hier in dem Jubiläum gemacht. Das ist ja echt. Oh. Nee. Fängt jetzt schon mit der Scheiß an. Verbrennungen und Blutungen. Das gefällt mir. Ja, endlich trifft's mal. Aber ich bin gleich schon tot. Aber erstmal muss ich mich hier um die Spass... Jetzt habe ich fast was Falsches gesagt. ...kümmern. Warum weichst du aus? Warum weichst du aus? So, der ist schon mal weg. Der kriegt sowas hier ab. Das ist mir egal. Dann find's so fair, ja, du bist doch ein Depp. So, ich bin jetzt auch rüdervoll. So, der ist weg. Nur noch er ist da. Mal gucken, auf wie viel Druck der überhaupt steht. 40, okay. So, 520. Mal gucken, was der Feuerball bringt. 223 nur. Er hat noch 63. 266. 266. Treff bloß. Oh, Gott sei Dank. Beim ersten Versuch geschafft. Puh. Da war ich jetzt wirklich wieder richtig angespannt. So, jetzt kommt für mich aber noch der größte Albtraum jetzt hier wieder. ...kampf. Oh, ja, 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 bin ich, boah, bin ich kaputt. Ich, ich bin, weil ich so, ich bin so angespannt, weil ich die Dinger jetzt schnell, weil Blizzard ist einfach. Also, den hab ich, den haben wir ja gerade mal in 0, nichts besiegt. Agent Schumann! Was zeigst du mir? Kyrotonfa. Okay. Ich hab nämlich den Plan, auf den untersten nie zu gehen. Überhaupt nicht. Weil der ist brutal. Oh. Trottel! Scheiß Zukunftswissen. Aber die ist wirklich für die Verteidigung genial. Rescue. Das muss ich ihr ja lassen. Und zwar zum Angriff nicht so wirklich zu gebrauchen, aber... 769 Schaden. Trotz allem. Nee. Ich lass das einfach sein. Brrrr. Und ich liebe dieses Teil hier. Kriegt jetzt nämlich noch einer ab. So, einer ist schon mal weg. Ey, ey, ey. Der wird aber hier regeneriert, hier ohne Ende. Bede. Autsch. Das war geil. So, der Spinner kann halt auch schon mal haben. Da kommt die Handgelenksrakete. Und der... Ich bin wieder total angespannt, Leute. Tut mir richtig leid. Ich bin richtig angespannt. Ich hab noch nicht einmal beim ersten Versuch geschafft. Aber wir sind ja vorhin schon mal gescheitert. Das liebe ich so. Ausgewichen. So, Feuerball. So, der ist weg. Nur noch der Spinner hier ist übrig. Und er ist weg. Brrrr, 535 sind noch da. Nein, 431. Das dürfte, könnte reichen. Jawoll. Mit dem ersten Versuch geschafft. Es gibt sogar 150 Erfahrungspunkte. Gott sei Dank, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass wir den Vorbeiflug nehmen mussten. Gott sei Dank, habe ich das behalten? Habe ich das geschafft? Sonst hätte ich mich hier tot geärgert. Ah, jetzt ist es wieder umgesprungen. Ah. Mein Gott, ja, ich habe es verstanden. So, was haben wir denn jetzt hier? So, erstmal Black Widow rausholen. Gibt es denn einen Doppelstoß? Neu. Gewinne 3 PvP Kämpfe. Geil. Und hier haben wir, gewinne 5 PvP Kämpfe. Das ist ja lustig. Aber erstmal heißt es nochmal gegen Blizzard antreten. Und da nehmen wir Cyclops. Der darf jetzt auch mal ordentlich scheffeln hier. Und los geht's. Damit ist Mission 2 dann, glaube ich, endlich vom Tisch. Weil wir haben dann auch zwei Sterne und so. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. So, erstmal Agent Mike. War Machine. Hat nichts gemacht? Was soll das? Oh nein. Nein. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Oh, das ist jetzt so scheiße. Warum hat der keinen Schaden gemacht? Dieser blöde War Machine. War Machine. Aber ich darf auch oft angreifen, Rescue. Also, das ist mir damals ja schon aufgefallen. Aber wir kriegen jetzt hier kaum noch abgezogen. Das riecht mich sowieso total auf. 0, 0, 0. Hahaha. Hihi. So. Ah, er fährt wieder Schlitten hier. Geil, dieser Schlitten hier. Kommst du auch mal wieder? Ja, tut mir leid, das hat so leckt, Freunde. Ich kann da leider auch nichts gegen machen. Immerhin jetzt mal doppelt. Die Hälfte ist abgezogen. Oh, ich bin froh, wenn die hier weg ist. Ah, ich bin schon wieder dran. Oh, ich wollte einen Schluck trinken hier. Schöner Schaden. Schaden ist gut. Der ist jetzt fast so da. Also, Blizzard an sich kann man so eigentlich gut schlagen. Ach, Pferde wird da Schlitten. Ja, dann kann ich ja mal eben einen Schluck trinken. Ah. Das war lecker. So, jetzt darf ich aber. So, 1387 hat noch eine toll geringe Ausdauer. Ach. Egal. Schaffen wir auch so. 163 noch. Hat gut wie nix mehr. 42 noch. Er ist noch vergiftet. Das dürfte es gewesen sein. Jawoll. Jawoll. Wir haben es geschafft. Ah, geil. So, Bonus. Boss Belohnung. Da will ich jetzt aber auch was sehen. Nicht so viel laden. Ne, komm. Ich will die Belohnung haben. Wollte schon sagen hier. So. Kommandopunkte. Irgendwas da unten, bitte. Nein, wir kriegen der Froster. Ist das eine Waffe? Gucken wir uns gleich mal an. So, kennen wir alles. Raus hier. Einfach nur noch raus hier. Zweiter Stern. Dann. So. Okay. Gut. Gucken wir uns jetzt erst mal... Gucken wir mal hier ausrüsten. Wann haben wir denn auf einmal so viele Waffen hier? Da ist der Froster. Modifiziert. Unterkühlung. Er leidet mit jedem Zug Schaden. Ausweichen reduziert. Wird durch Verkälte. Einfach Angriff auf Ziele mit Unterkühlung. Sind garantiert kritische Treffler. Chancen, jeden Zug Eis aufzubauen. Die Abwehr zu stärken. Wird durch Feuerangriffe entfernt. Haben wir hier eigentlich? Reflektorfaust. Kraft wird durch Agentenschufe. Er fügt zusätzlich Schaden zu, wenn der Charakter durch einen Schild geschützt ist. Chance auf einen zweiten Angriff. Angriff. Chance beim Angriff einen Deflektor-Schild zu erzeugen. Das ist geil. Repulsorfaust. Okay. Die nehmen wir mal. Und wir nehmen den Froster mit. So. Jetzt haben wir mal neue Waffen. Wurde ja auch endlich mal Zeit. So. Okay. Dann machen wir mal. Versuchen wir mal drei zu gewinnen. Wir machen jetzt mal PvP hier. Jetzt ein bisschen. So zum Aufwärmen. Roter Hulk. Dann schmeißen wir hier mit Atombomben rum. PvP-Team. Haben die das jetzt geändert? Also, gucken wir uns das nochmal an. Silberliga ist klar. Goldliga auch. Diamantliga. Da gibt's den Speer der Gelehrten. Gewährt Verbündeten. Ein Schild bei Kampfbeginn. Generalisiert. Entfährt Effekte von Klassenboni. Hindert diesen Charakter am Erhalt von Klassenboni. Dann gibt's das hier. Aegis Rüstung des Prüglers. Einzelangriffe haben eine Chance vor 50% eingeschüchtert anzuwenden, um Angriff Präzision und Ausweiche zu verringern. Und sollten wir da hinkommen, gibt's den Roten Hulk. Er heizt auf. Erhalten, wenn Hitze 40% erreicht. Angriffe vom Roten Hulk wenden Verbrennung und Pyrophorisch an. Er brennt. Erhalten, wenn Hitze 70% erreicht. Angriffe vom Roten Hulk werden Feuerangriffe und garantiert kritisch gegen brennende Ziele. Schmelze erreicht er, wenn er 100% erreicht. Der Rote Hulk setzt alle gespeicherte Hitze frei und fügt allen Verbündeten und Feinden Schaden zu. Der Rote Hulk wird betäubt und verliert alle Hitze. Na toll. Dann möchte ich die 100% eigentlich gar nicht erreichen. Dann kriegen wir nämlich alle was ab. Aber egal. So, erstmal gehen wir ins Arsenal. Weil... Guckt mal hier. Die zweite ist nämlich frei. Habe ich die schon vollgepackt? Jetzt dürfen wir ja erstmal rumgucken. Flaschenblitz. Kleine Transillatoren. Ja, Matter, da habe ich ja immer noch genug. Jetzt machen wir mal vier von ein. Gucken wir mal, ob wir hier noch so haben. Die Androidenhand, ja. Die kommt auch rein. KI-Prototyp. KI-Prototyp. Kampfpanzer. Oh, ja. Geil. 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 So, du kommst auch rein. Schoko-Hase. Schoko-Hase. Die wollen natürlich keiner haben. Wer hat jetzt hier einen Metthorn, ne? Und machen wir damit auch noch voll. So, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen Verteidigung haben. So, das haben wir jetzt erstmal. Schalte frei. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauern würde. Ändern. So, du bist ja noch am Trainieren. So, so bleibt das jetzt erstmal. Probieren wir mal aus. Ja, ich weiß. Aber. So, los geht's. PvP-Saison 8 wird jetzt auch von mir eröffnet. Von Muken Let's Plays wird jetzt auch mal hier eingegriffen. Ist das Doctor Strange auf 10? Ich traue mich gar nicht hinzugucken. Nein! Nein! So eine Scheiße. Nein! Krieg ich ja jetzt schon Angst. Was haben wir denn eigentlich noch hier? Auch wenn man es noch nicht sieht. Iron Man. Hawkeye. Cable. Das Ding. She-Hulk. Luke Cage. Black Widow. Und die Unsichtbare. Ach, das kann aber der ewig dauern. Der muss die ganzen Dinger hier noch laden. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Gott, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Kurz aus dem Feuerbild verschwinden. Vielleicht geht's ja dann schneller. So, etwas schneller auf jeden Fall. Ich sehe gerade, dass das mir nicht gefällt, dass mein erster Gegner die neue Rüstung von Iron Man direkt schon hat. So, ich will noch Vollbild, Freunde. Ich darf nämlich gegen Cable und die Iron Man Rüstung. Probieren wir mal direkt die neue Waffe aus. Den Froster. Uh, die sieht aber geil aus. Linderungsschub. Herzensbrecher-Uni-Beam. Ach, du Scheiße. Oh, mein. Er bluscht jetzt selber? Ah, das leckt hier so Scheiße. Fraps, was los? Ja, toll. Und jetzt probieren wir auch mal direkt die Repulsor-Faust aus. Alles ausgewichen ist... Das ist klasse. Das gefällt mir schon wieder besser. Ich glaube, ich muss gleich doch kurz unterbrechen wegen Fraps und so. Ich glaube, ich muss einmal das Spiel neu laden, habe ich so das Gefühl. Weil das kann man sich ja jetzt hier gerade gar nicht antun. Warum brennt der nicht? Geht doch. Ah, schön. Weil ihr seht ja... Techno-organischer Overdrive. Ja, so sieht der aus. Aber die neuen Waffen gefallen mir schon mal gut. Leider komme ich hier gerade zu gar nichts. Weil das leckt unnormal. Das riecht mich voll auf. So kann man doch nicht PvP'n hier. Verbinkeliger Vertrag. Alter. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ich bin geschockt. Ja, das war mein erster PvP-Kampf, der ging direkt in die Host. Ah, irgendwann mache ich jetzt hier gegen meine Fraps-Zahl, das geht gar nicht mehr. Ja, neu, was ist das denn? Bestreite zwei PvP-Kämpfe. Okay, ähm... Ich werde jetzt mal eben neu starten. Ich hoffe, es läuft dann besser. So, drück mir die Daumen. So, ach komm. Lad, lad, lad. Ja, ich muss sagen, auf jeden Fall macht riesen Spaß immer noch. Aber jetzt kommen wir immer der Zwei-Stunden-Marke jetzt langsam näher. So. So, ihr hört die Musik wieder. Wir sind wieder da. Direkt auf Vollbild. Und das sieht jetzt hoffentlich ein bisschen besser aus. Ah, das hält keine fünf Stunden. Das sehe ich jetzt schon kommen. Mein Trinken hält keine fünf Stunden hier. Der erste PvP-Kampf ist noch miss, aber was mir gerade einfällt... ...ist das hier. Zack. 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 Was macht Mucke denn da? Guckt mal auf meine Kommandopunkte. 64. Was heißt das? Uniform kaufen! Ich hab sie! Ich hab sie! Die Uniform! Jawohl! Wir haben sie! Direkt auch ISO 8 reinpacken. So ein. Und so ein. Und dann kriegst du den auch noch. Dann noch Präzision ein bisschen. Und nochmal so ein. Das lässt sich doch super sehen. Wir haben sie! Wir haben die Iron-Man-Rüstung! Jawohl! Geil, Omad, Alter! Geil! Scheiß auf 63 Kommandopunkte, dass wir die bezahlen mussten. Aber da scheiße ich jetzt drauf. Ich wollte sie haben. Jetzt hab ich sie. Geil! So. Nochmal PvP. Vielleicht läuft's ja jetzt besser. Aktuelle Liga. Kampfbericht. Ich will gucken dann mal. Wie sieht das denn aus? Niederlage. Minus 14. Turnierverlauf. Dann waren wir eigentlich auch noch nicht drauf. Saison 8. Aha. Naja. Okay. Wir sind in Top 49,36%. So, du kommst jetzt mal kurz weg. Jetzt wird ausgetestet. Iron-Man mit neuer Rüstung. Geil! Ich hab sie selber. Oh, und das ist noch im Jubiläum. Ich liebe es. Komm, Ladebalken. Ich will ausprobieren. Komm her. Mach her. Ich will ausprobieren. Ich will ausprobieren. Komm schon. Ich will ausprobieren. Ich will ausprobieren. Komm schon. Ich halt's nicht mehr aus. Ich wackele schon mit dem Stuhl hier. Komm, mach her. 95, 96, 97, 98, 99, 99. Weiter. So. Los geht's. Und es ruckelt nicht mehr. Das ist schön. Wir haben neue Waffen. Wir haben unsere Rüstung. Was wollen wir eigentlich mehr? Aua. Erstmal. So. Hahaha. Geil. So. Das ist geil. Ja. Wenn ich brennen würde, würde das auch richtig Schaden machen. Boah. Der scheißt auf alles hier. Beistand. Ja. Dann ruf mal deine Mutter an. Dann kriegst du Beistand. Beistand. Bla bla bla. Ich glaube aber jetzt nur Mist. Autsch. Das machen wir direkt nochmal. Boah. Geil. Brennen. Bluten. Du bist weg. Du bist weg. So liebe ich PvP. So ist schon viel besser. Du machst aber auch ordentlich Schaden. Kripulsor-Kanon. Strahlungskontakt. Und nochmal. Ich liebe diese Rüstung affenmäßig. Oh schalt doch nicht um. Bestreite zwei PvP-Kämpfe haben wir schon geschafft. Und fünf auf unaufhörliche Trisor-Kisten haben wir gesammelt. Das seht ihr jetzt so leider nicht. So. Gewinne fünf PvP-Kämpfe. Wir gehen jetzt mal zu Sammlungen. Eben schnell. Öffnete und Vorräte, Gegenstände und seltene Sammelobjekte zu gewinnen. Okay. Wir machen einfach weiter. So. Dann steht jetzt hier auch die Eins. So. Da steht dann auch die Eins. 41,94%. Weiter. Guck mal hier. Also guck mal. Wir haben hier 15... Duell. Wir können 15 Mal voll machen. 17 Mal voll machen. Wir können 2 Mal 3 Duelle und 15 Mal Dutt hier drauf. Aber wir haben genug zur Verfügung. Außerdem ist das ja jetzt nur ein kleines Warm-Up für PvP. Wir machen natürlich hier in dieser Jubiläumsfolge auch PvP. Das ist ja wohl selbstverständlich. So. Hawkeye sieht neu aus. Autsch. Tsunami-Faust habe ich auch noch nicht gehört. Oh. Das sieht aber jetzt... Ist jetzt aber... Heftig. So. Erstmal wieder... Ausgewichen. Oh. 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 Die geht mir jetzt schon auf den Sack. Mein Jungs kam immer kurz vorbei. Aua. Aua. Ist drückt... Oh. Scheiße. Die Fackel ist kaputt. Ausgewichen. Ausgewichen. Gut sieht's nicht aus. Bin ich ehrlich. Gefällt mir. Gefällt mir alles nicht. Hallo Jungs. Scheiße, dass man bei PvP nicht heilen kann. Verstärkung anfordern. Hallo Jungs. Was? So. Die unsichtbare ist schon mal Geschichte. Aber ich bin jetzt leider tot. Oh. Ne. Doch noch nicht. Doch. Die muss jetzt mal treffen. Aber das werde ich leider verlieren. Aber das werde ich leider verlieren. Oh. Ich glaube, das war der Falsche. Ich bin jetzt erlebten. Ich habe immer noch 15. Das gibt es auch gar nicht. Aber jetzt bin ich platt. Weil ich so eine gute Verteilung hatte auf einmal. Dank dem Froster. Ja, wir haben verloren. Der Dr. Strange dauert noch eine ganze Stunde. Ja, ich muss eigentlich nur drei gewinnen. Hier. Ich will eigentlich noch ein bisschen mit der Spezialoperation weitermachen. Bis wir wieder wahrscheinlich irgendwas forschen müssen. So. Iron Man und She-Hulk. Boah. Alter. Die Attacke ist so geil. Boah. Die Hälfte ist weg. Und wir dürfen komplett. Alter. Das ist fast nichts mehr übrig. She-Hulk ist schon weg. Laserschwert. Jawohl. Sind wir jetzt hier bei Star Wars hier statt bei Marvel Avengers oder was? Geil, Nomad. Ah, ha, ha. Willkommen. Alter. 1319. Das habe ich ja noch nie geschafft. Das ging aber jetzt schnell. Das ging jetzt aber wirklich schnell. So, der zweite ist geschafft. Wir erhalten eine unauffällige Tresorkiste. Geil. Oh, 41. Was müssen wir eigentlich nochmal sein? Moment. Top Rang 25%. Um in Gold aufzusteigen. Ich will nach Gold. Ohne Scheiß. Ja, jetzt habe ich ja die Rüstung. Was hole ich mir eigentlich als nächstes von den ganzen Kommandopunkten? Genau. War Machine wollte ich mir nämlich als nächstes mal holen. Den, äh, werde ich mir holen. War Machine. Dr. Strange ist dabei. Der kriegt jetzt hier alles ab. Baltakbolzen. Aua. Hallo Jungs. Oh, ich liebe das. Oh, oh. Diese Waldtordämpfer haben wir gleich auch. Weil wir dann auf Stufe 6 sind. Und nochmal. Aber macht keinen Schaden, komischerweise. So, Dr. Strange hat sich gleich schon mal verabschiedet. Den mache ich jetzt eben platt. Oder auch nicht. Also, auf jeden Fall durch die neue... Ah, das habe ich auch noch nicht gehört. Die haben hier... Die haben hier Waffen. Oh, jetzt wird meine Rüstung geschmolzen. Jetzt macht man mich hier nach. So, jetzt ist er weg. Der gefährlichste für... Meiner Meinung nach ist schon mal weg. Okay. Strahlungskontakt. Auch weg. Es läuft. Es läuft. Ich finde es richtig klasse. Repulsor Faust. Bäm. Ausgewicht nach. Schade. 81 hat sie noch. Och, guck mal. Och, guck mal. Probieren wir mal den Raketenbeschuss. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ist auch schon... Hat auch noch 5. So, du kannst machen, was du willst. Du hast verloren. Bam, 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 bam. Benebenspaket 2 gewonnen. Damit haben wir unsere 3. 2-mal verloren, 3-mal gewonnen. Fählen mich jetzt nicht ganz Deutsche. Wir kriegen nochmal 100 Erfahrungspunkte. Jetzt werde ich hier bei Whatsapp angeschrieben. So. 100 Erfahrungspunkte. Oh, noch eine Trisorkiste bekommen. Also ich finde so... Muss ich wirklich sagen... So macht PvP auf jeden Fall Spaß. Also so kann es weitergehen. Also da bin ich, äh... Guter Dinge. Also die Rüstung gefällt mir jetzt schon. Vor allem, weil wir sie selber haben. Das kann ich gar nicht glauben. Und... Ja, jetzt haben wir das hier. Warte, 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 warte. Warten wir denn jetzt hier. Setze 3 Kampfpanzerungen in den Kampf ein. Die Kampfpanzerung ist im Laden erhältlich. Okay. Moment. Im Laden. Okay. Dann müssen wir erstmal 3 kaufen. Wo haben wir sie denn? Ich suche nur Kampfpanzerungen. Ich kann ja lesen. Da steht aber nix. Uniform. Ich glaube, hier bin ich sowieso falsch. Da. So, wir haben es ja gekauft. Okay, machen wir das kurz so. So, jetzt gehen wir hier raus. Im PvP treten Schaltagenten, um festzustellen, wer das beste Angriffsteam hat. Bestenlisten-Wettkämpfe sind in Saisons aufgeteilt. Jede Saison ist ein Neustart, bei dem die Spieler mit gleichen Chancen beginnen. Die Bewertung ist ein Maß für den Erfolg. Die Bewertung verbessert sich, wenn man Gegner besiegt und verschlechtert sich, wenn man besiegt wurde. Sie bestimmt den Rang auf der Bestenliste. Klicke, wenn eine Bestenliste-Saison aktiv ist, auf den großen Turnierkampf-Button, um in der Bestenliste anzutreten. Es wird automatisch ein Gegner für dich gewählt. Die ersten 5 Turnierkämpfe pro Tag geben einen Bonus bei den verliehenen Erfahrungspunkten. Benutze den Üben-Button, um die Stärke deines Teams gegen eine Vielzahl von Gegnern zu testen. Übungskämpfe kosten keine Duellpunkte. Sie wirken sich jedoch auch nicht auf die Bewertung aus und bringen keine Erfahrungspunkte. Die Registrierkarte Information bietet dir Zugriff zu Details über Belohnungen, Bestenlisten und Kampfberichte für die aktuelle Saison. Der Kampfbericht-Button zeigt dir den Verlauf der Kämpfe, die du gestartet hast oder die andere gegen dich gestartet haben. Da die Grundlagen jetzt bekannt sind, wird es Zeit zu zeigen, wer der beste Child-Agent da draußen ist. Helden bieten einen Wertebonus, abhängig von der Klasse des Helden. Wenn nicht der Stärke in Angriff prüge, dann die Verteidigung und so weiter. Je höher die Stufe des Helden ist, desto mehr Bonus bringt er. Objekte können im Arsenal platziert werden, um einen Bonus bei offensiven oder defensiven Werten zu erhalten. Wie viel ein Objekt zur Offensive oder Defensive beiträgt, wird in der Objektbeschreibung aufgelistet. Verbessere deinen Bonus, damit du auch die härtesten Gegner besiegen kannst. Da die Grundlagen jetzt bekannt sind, wird es Zeit zu zeigen, wer der beste Child-Agent da draußen ist. Ja, das sind natürlich wir. So, jetzt müssen wir nämlich kurz was anderes machen. Weil ich muss ja... Ne, das mache ich jetzt nicht. Wir gehen einmal kurz hier hin. Ich will ja hier das hier noch schaffen. Defensiv tätig, setze drei Kampfpanzungen im Kampf ein. Deswegen gehen wir schnell kurz hier hin. Ja, wir nehmen den Normal-Modus, das geht jetzt schneller. So. Ja, ja, das brauchen wir alles nicht mehr. So, Cyclops kommt einfach rein. Und Black Waido. Das machen wir eben. Das schließen wir dann auch eben ganz schnell ab hier. Das Ding hier, das machen wir nämlich auch schnell fertig. Ja, mittlerweile ist die Zwei-Stunden-Marke auch gefahren. Das muss man erst mal gucken. Wo haben wir das denn? Ich schätze mal unter Verteidigung. Da, Kampfpanzer rum. Boah, da kommt ein Deflektor-Schildball rum. Das ist geil. Hohohohohoho, ey, ja, epischer Overkill. Ausgewichen. Für Rache markieren. Komm hier. 1.069. Alter Verwalter. Gibt doch nur zwei Erfahrungspunkte. So, wir machen nochmal ein bisschen Energie hier drauf. So, lassen wir einfach so. Ja, die 2-Stunden-Marke ist gefallen. Sind jetzt über 2 Stunden schon dran. So, jetzt kommt die nächste. Kampfpanzerung. Das ist jetzt das zweite Mal. Raketenmassaker. Komplett ausgewichen. Toll, jetzt, ich liebe meine neuen Waffen. Komm mal her. Bäm, 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 bäm. Boah, geil. Bang, bung. Und tschüss. Zack, zack, zack. Da ist auch schon der Boss. Zack, 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 zack. Zack. Ich glaube, den mache ich jetzt sogar mit einem Schlag fertig. Das wäre ja genial. Aber erst mal. Oh, machst du Schaden aus so'n Scheiß. So, Verteidigung. Kampfpanzerung. Zack. Damit hätten wir die Mission dann auch abgeschlossen. Zack, 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 zack. So, das müsste ja schon fast reichen. Schade, ich schaff's nicht mit einem Schlag. Das wär wahrscheinlich schon eher gegangen. Aber trotzdem, epischer Overkill. Sechs Erfahrungspunkte. So, wir kriegen nochmal 100. Wir steigen auch noch ein Level auf. Wir sind also mit der Energie wieder noch nicht ganz voll. Steigen doch noch nicht auf. Ich hab gedacht, wir steigen jetzt auf. So, mir ist egal, was wir kriegen. Belegungspaket 2. Ja, 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 ja. Ah, Ausgang. So. Verbessere die Eisenklinge zum Eisenschild im Labor. Jetzt müssen wir Tatsache forschen. Oh, das ist jetzt doof. Okay. Eisenklinge. Boah, ich hab noch so viel zu forschen. Da. 120 ISO 8. Wann dauert das denn? Zwei Tage! Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, dann kann ich jetzt in der Spezialoperation leider nicht mehr tun. Das ist jetzt doof. PvP wollte ich jetzt eigentlich noch nicht machen, da ich warten möchte auf Doctor Strange. Okay, dann werden wir das jetzt so machen. So, das hier geht nicht weiter. Ich hab auch kaum noch ISO 8 fällt mir gerade. Aber ich hab nur noch 111. Wir werden jetzt das hier versuchen zu schaffen. Cyclops auf Level 7 zu trainieren. Das heißt, wir machen jetzt doch ein bisschen Story weiter. Schließe mit einem Meisterschern ab in Kapitel 3, Mission 3. Okay, dann rein da, ne? Würde ich sagen. Hauen wir mal rein. Wir haben mittlerweile insgesamt 13 Kapitel für die Saison 2 freigeschaltet. Aber das kapiere ich nicht. Hier steht noch nicht in... Ach, Gott. Das müsst ihr mir immer noch erklären. Also das, äh... Habt noch keine Kommentare darüber erhalten. Ich verstehe das nicht, was das heißen soll. So, dann machen wir weiter. Los geht's. Ach komm, wir nehmen den Herausforderungsmodus. Wir sind mutig heute. Vor allem mit meiner... Mit unserer neuen Rüstung hier kann nichts mehr schief gehen. Raid hat einen groß angelegten Angriff auf die Vereinten Nationen gestartet. Wie bitte? Auf die Vereinten Nationen spinnt der denn? Sie haben sich in Positionen überall um den UN-Komplex herum verschanzt. Die US-Armee reagiert, aber sie haben Scheid um Unterstützung gebeten. Wir drehen den Spieß um. Sie werden die Sache leiten und die Armee wird sie unterstützen. Wir haben gerade einen externen Hack auf die Sicherheitsarchive unterbunden. Sir, was ist da wohl? Nichts. Diese Bedrohung muss sofort aufgehalten werden. Analysiert wird später. Klaro? Sir, sollten wir irgendetwas wissen? Nein, noch nicht. Agent, beseitigen Sie Raid bevor Sie die Information auf die altmundische Art bekommen. Wir sind jetzt im UN-Gebäude. Schwieriggegner Stufe 48. Oh, wir sind 43. Oh, das ist doch lustig. So, wir müssen nochmal wieder hier ein bisschen draufpacken. Oh, das ist ja aber jetzt lächerlich. So, Cyclops bleibt. Wir nutzen das alles eigentlich generell zum Training. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch Black Cat weiternehmen. Weil die ist ja dann auch auf Level 7 und ich will trainieren. Ich will meine Leute nach vorne bringen. Eiskalt serviert. Die haben aber viel HP. Fällt mir gerade mal auf. Jetzt bin ich mal auf den Schaden geschmackt. Das geht ja noch. Dem bin ich ja schon gewohnt mittlerweile. Wunderbar. Glückstreffer. Und ich finde es schön, dass es nicht mehr leckt. Ich glaube, ich musste einfach mal neu starten hier das Spiel. Oh, wunderbarer Schaden. So, das vergift war nicht noch. Das dürfte dann reichen. Ein In-Gebäude ist es. Ach, schön. Zack, zack. Nächste Welle. Ein Bio-Terrorist. Der blutet schon mal. Wird von mir auch direkt schockgefrostet. Aber die kostet... Leider, leider, leider fällt mir auf viel Ausdauer. Aber man kann ja auch nicht alles haben. So, das dürfte eigentlich auch schon reichen. Aber egal. Ich liebe diese Waffe. Die muss gezeigt werden. Gewonnen. Oh, wir steigen noch nicht auf. Ey, Leute. Da fehlen vier Erfahrungspunkte. Gibt's doch nicht. Und jetzt gehen wir nach hier. Oh, jetzt wird's schon ein bisschen mehr. So. Ach, das lassen wir einfach so. Finde ich gerade ganz nett so. Jawoll. Der Bio-Terrorist darf bluten. Du bist halt einfach zu viel Bio. Tut mir leid. Ach, das war die falsche. Den Knöchelstich werden wir auch bald austauschen. Dann haben wir drei neue Waffen. Aber über die neuen Waffen freue ich mich auf hier. Die sind super riesig. Die sind genial. Plus Rüstung. Ich, da haben wir diesmal wirklich ganz gut hingekriegt. So, jetzt sind wir auch noch Giel. So, das muss ja reichen. Nächste Welle. Kommandant und Physiker. So, machen wir nicht hier. Eigentlich ist der Glückstreffer nichts anderes, als würde Popeye Spinat essen. Finde ich eigentlich irgendwie ganz lustig. Ist echt lustig, finde ich. Ja, macht das. Sprengsatz. Aua. Ach, das geht ja noch. Okay, ich habe aber auch vier Verteidiger. Äh, fünfmal mittlerweile. Also, mir kann ja schon gar nichts mehr anhaben. Aber die ist sehr... Trifft nicht immer. Trifft sehr selten eher. Aua. Das tat jetzt weh. Ey, Psycho, du sollst schon überleben, ne? So, du bist jetzt weg. So. So, du bist jetzt weg. Ich nehm kaum Schaden. Das ist, das ist unglaublich. Ausgewinkel. So, du hast ja auch noch aufladen hier. So, ich bin ja auch noch aufladen, hier. Bombardement. Ja, das war klar. Oh, musst du Cyclops töten? Oh, kriegst du wieder. So, das reicht für dich. Du blutest, bist unterkühlt und vergiftet. Tschüss. Drecksack. Jetzt kriege ich das High-Trop so gut wie nix ab. Aber Hauptsache, wir steigen auf. Stufe 4, 40. Molekulartechnik. Noch ein Gold. Weiter. Zack, zack, zack. Held kehrt nach einem Kampf zurück. Geprügler. Shihite, Gott sei Dank. Haben wir dich. Ironman. Hau rein. Alles jetzt auf einmal hier. So, Black Cat bleibt. Und Black Widow kommt auch mal rein. Frauen Power regiert hier. Aber ich helfe vorher nach. War Machine. Oh, schön fürs Zweimal angreifen. Finde ich klasse. Hups. Autsch. Der sieht mir eigentlich am gefährlichsten aus. Aber die machen Schaden. Ach du Scheiße. Puh, schweigen ab. Alter, ich nehme nie wieder den Herausforderungsmodus. Das habe ich jetzt mal eben beschlossen. Zerstört ihn. Nein. Alter Falter. So, sterbe ich jetzt. Fast alle. Du Drecksack. Endlich, mal trifft sie. Hui. Puh, das war knapp. Also da habe ich mir ja was ausgedacht. Hier. Bulldozer leitet die Bodenoperation. Er unternimmt normalerweise nichts, wenn der Rest der Wreck-E-Q nicht auch in der Nähe ist. Vorsicht. Oh, was habe ich da denn eingelassen? Der Herausforderungsmodus. Ja, aber es ist das Jubiläum. Da macht man sowas. Och, spring doch nicht wieder um. So, wann haben wir denn hier Schönes? Irgendeinen Helden. Hawkeye. Geh mal rein. Wir dürfen die UN-Archive nicht an Raid verlieren. Aber falls doch, dürfen wir besonders die Daten überscheinend nicht verlieren, die dort gespeichert sind. Sie reichen fast bis zum Zweiten Weltkrieg zurück. Konzentrieren Sie sich auf alles, was Sie über Mandarinen und die Zehn Ringe herausfinden können. Ich sage Ihnen später, warum. So, du kommst wieder rein. Oh, und du kommst auch rein. Puh. Also bombardieren, die Attacke ist heftig. Aber das gefällt mir schon lieber. Aber komischerweise überlebt fast keiner. Bei mir hier heute. So, der ist schon mal weg. Kann ich dich schon mal unterkühlen? Weil ich dir einen Feuerball aufs Auge drücke. Boah, wunderbar. 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 Bäm. So, statt Luterkühlen ist er jetzt am kokeln. Ich finde das irgendwie lustig. So, aufladen. Lass mich in Ruhe. Arschloch. Aber ich lebe noch. Gott sei Dank. So. Das sollte es dann auch für dich gewesen sein. Tschüss. Overkill. So muss das sein. Ja, bald habe ich viel zu trainieren hier wieder, wenn das so weiter geht hier. Zack, zack, zack. Anscheinend ist Bulldozer das einzige Mitglied der Wrecky Crew hier. Fixer hat die Verantwortung. Er hat schon früher mit Hydra zusammengearbeitet. Aber das ist das erste Mal, dass er eine Raid-Operation leitet. Vielleicht kannst du ihn ja nach seinem Gesinnungswechsel fragen. Hawkeye ist auf jeden Fall fertig. Gut. Jeder Bösewicht der Welt hat sich seit dem Impuls gezeigt. Außer Mandarin. Findet das jemand verdächtig? Ähm, lass mal überlegen. Wir fragen mal unsere Zuschauer. Findet ihr das verdächtig? Also, ich schon. Wie seht ihr das? Also, ich glaube schon, ne? Ja, ich auch. Ich sehe mir diese Daten an und ich finde heraus, was es dort für Hinweise geben könnte. Öffnen. Immer die goldene Mitte. Ein Entgifter. Wie lange brauchst du denn noch? Nach dem Kampf. Oh, das ist hart. Wie sieht denn Welle 2 aus? Ja, da muss Cyclops raus. Black Cat. Oh, die kann eigentlich bleiben. Oh, Alter. Ich hasse Bombardement. Ja, und dann haut er mir noch sowas durch. Ey, der spinnt doch. So, weg mit dir. Na, reicht's? Reicht hat Sache. Geil. So, Kommandant. Oh, ausgewichen. Oh, wunderbarer Schaden. Also, Black Cat ist genial. Ich nehm kaum noch Schaden. Ist eigentlich schon mal erwähnt. Oh, 451. Ja, aber die Herausforderungsmodus ist eigentlich was Geiles. Dann hat man richtig was zu tun hier. Ich finde, da haben die eine geniale Idee gemacht. Muss ich sagen. Oh, nachdem man trifft, ist ja ein Wunder. Tschüss. Bye, bye. Gewonnen. 95 Erfahrungspunkte. Musst du dir da mal reinpfeifen. Das ist richtig gut zum Trainieren hier. Mit dem Herausforderungsmodus. Also, das ist richtig geil. Ach, guck mal, wer fertig ist. Iron Man ist fertig. Goldene Mitte. Was kommt denn da raus? Ein Reißwolf. Zack, zack, zack. Nächste. Ich glaub, das lassen wir nochmal so. Fand ich ganz gut. Fand ich ganz knorke. Meine Verteidigung steigt schon wieder. Boah. Schönes instabiles ISO 8. Also, ich bin glücklich. Ich bin der glücklichste Mensch bei Marvel, der es denen zur Zeit gibt. Ohne Scheiß. Neue Waffen. Die Rüstung. Was will ich eigentlich mehr? So, das kann ich ganz gut. Ach, das macht gar kein Schaden mehr. Ich lag mich kaputt. So, das können wir ruhig machen Vier hat er noch So, tschüss, nächste Welle kann kommen Alter, das war zu viel Oh, das war knapp So, was ich mir fast weglegt Ausweichen, wunderbar, Black Cat Dich ist echt verlass Ist mittlerweile richtig Der Fels der Brandung geworden hier, bei uns Hat genau gepasst, aber Das war geplant, so, ne, also wisst ihr Bescheid Das war genau so geplant Also, nix anderes hier Zerstört sie Ne, das mach ich jetzt mit dir, mein Freund Bam, bam, bam Na, komm, den nehmen wir auch noch Jetzt haben wir mal wirklich fast jede Attacke hier ausprobiert Gewonnen So, die Fackel ist auch gleich schon zum Training bereit Für Level 7 dann So, jetzt ist es nur noch da Bulldozer Davor haben wir natürlich wieder ein Begrüßungskomitee Teamwork, War Machine Ach, jetzt hab ich nicht gelesen Zurück Nochmal So Oh, die große, böse US-Armee Ich hätte zur Armee gehen können Da wär ich jetzt schon General Es ist lange her, dass man bei der Armee Unzufriedene aufgenommen hat Die kaum lesen können, Bulldozer Du bist überflüssig Ach ja? Dann sehen wir mal, wie überflüssig meine Faust in deinem Gesicht ist Äh, überhaupt nicht, da ich aus Stahl bin Ja Ach, komm Dann ist Fackel wenigstens fertig Ich würde am liebsten einfach nur Iron Man einsetzen Aber ich nutze das gerade wirklich zum Training für andere Klingenschlag Aua Das muss doch wehtun Ohne Scheiß Ich liebe das einfach Das liebe ich Ich liebe es Ich liebe es Ich liebe es Zack, 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 zack Reicht für alle beide Sonst mal auf Für die jetzt Hier ist jetzt kommt der Massentod Eins Zwei Ach, ich darf nochmal Naja, will ich nicht So, drei Hahaha Geil So, Bulldozer Hallöchen Puppelchen Zack, 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 zack Klingenschlag Bewege dich lieber nicht, mein Freund Kopfstoß, Sturm Aua Haha Haha Hahaha Bäm Vergiftet bist du auch noch Alter Du hast keine Chance Du hast keine Chance Ne, so Bäm 212 hast du noch 90 90 macht 180 Da du nochmal angreifst Rädern Ja, ich bin auch gerädert Oh, ich hab so Kater, ne Unglaublich, Bulldozer Kannst dir Kannst dir gar nicht vorstellen So Das hätten wir 95 Erfahrungen Die Fackel 29 Ist fürs Training fertig So wird Bulldozer Nie General Den Bereich Abregeln Agent Die Raid-Soldaten Bekommen immer noch Irgendwoher Befehle Zack, zack, zack Ja, jetzt ist der Nur noch der Fixer Da Fixer Bist du das oder ist das dein Roboter Äh Ein Roboter Ich will nur wissen, ob mich Drähte oder Knochen erwarten, wenn ich dich zerlege Das herausfinden bringt doch den Spaß Col-Colonel Rhodes Ich würde uns beiden nur ungern die Überraschung vermiesen Wenn du auseinanderfällst, werde ich mich nicht beschweren, wenn es Knochen sind Ist klar, mein Junge So, damit das dir auch schön Spaß macht Cyclops Genau Da war doch noch eine Sidequest So muss das laufen jetzt Ja, dann habe ich aber noch einiges zu trainieren hier heute So So, kriegt ihr schon erstmal sowas abgezogen hier Näherungsgranaten Ich näher mich aber nicht Dein Problem Ausgewichen Unterkühlt Jetzt gehe ich extra auf den, mein Freund Autsch Autsch Du hast doch Schatten, mein Junge Schau mal her Dich nehme ich jetzt nur auseinander Kleiner Drecksack So weit liest du mir hin Nicht nochmal hin Hast du mich verstanden? Ah, ausgiebig und schade Aber hier wird geballert Hier, ich nehme ja hier gar keine Rücksicht mehr Von gar nichts Ich ballere einfach drauf los Wie, wie, als würde ich hier Amok laufen Ne, das wäre jetzt Ach egal Ich, ich laufe hier Amok gerade Ja, War Machine hat es nicht geschafft Spielt aber auch Nicht wirklich eine Rolle Für den gibt es ja eh keine Erfahrungspunkte Seitdem, ich habe ihn endlich mal selber So, null Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen Damit haben wir das Kapitel auch abgeschlossen Lädt, läädt, lödt Ich lade, ich lade, ich lade Boss Belohnung Was gibt's denn Feines? Haben wir hier zur Auswahl Modifizierte Donner-Tags-Nacht Spezial Schankt auf einen zweiten Angriff beim Angriff Hat eine geringe Treffer-Chance Das ist scheiße Ja, immerhin ein Kommandopunkt Jetzt haben wir schon mal wieder zwei Fixer hat diese Konstruktion verlassen Er hat sie ferngesteuert Tony, registriertest du etwas Das auf seinen tatsächlichen Stand Und hindeutet Nein Das ISO-8 ist innerhalb des UN-Komplexes So stark konzentriert Dass die Instrumente nur Unsinn anzeigen Verdammt Gut Raid zieht sich zurück Und wir haben verhindert Dass sie das ISO-8 erlangen Bergungs-Teams gehen rein Gute Arbeit, Agent Danke Du auch, Rhodey Ja, wenn, dann werden wir ja auch alle belohnt, ne? Mission fertig Jawohl Ein Stern Gibt nochmal ein bisschen Kohle 250 Besser als nix Das war's für Raid in diesem Bereich Normale Armeetruppen haben den Rest von ihnen umstellt Die hätten es nie ins Archiv geschafft Zurück zum Helicarrier Und für sofortigen Wiederersatz bereit machen Sieht aus, als wäre die ganze Operation Nur ein Ableckungsmanöver Für was? Keine Ahnung Aber die Sentinels rücken wieder vor Och ne, ich hasse Sentinels So, haben wir abgeschlossen Und haben wir hier Mission 4 freigeschaltet Müssen wir aber auch abschließen 22 Minuten dauert das ganze Spektakel hier noch Ja Ja, warum denn nicht, ne? Würde ich sagen Komm, machen wir das auch nochmal, oder? Gehen wir mal rein Ja, wir nehmen wir den Herausforderungsmodus Ich brauch ne Herausforderung hier Magneto könnte Raid als Deckung benutzen Aber wenn er das tut Ist Doom auch involviert Spekulieren wir nicht Es scheint wahrscheinlicher Dass unsere hiesigen Superherren sich um ISO 8 streiten Und nicht kooperieren Und wir haben Hydra und IEM bei einer gemeinsamen Operation beobachtet Es hat zumindest so ausgesehen Schlagt diese Sentinels nieder Wir wissen, dass einige Mitglieder der Bruderschaft in der Nähe sind Aber wir wissen noch nicht wer Binden es heraus Und bringen sie her Gegnerstufe 49 Oh, ich hänge nur 44 rum So, hier Was haben wir denn? Okay, oh, Sentinels Wenn ich das schon lese Also, Black Widow geht mal rein Und Kolossus Haben wir nicht Dann müssen wir erstmal Energie holen Wir holen mal Ja, so oft hab ich gar nicht gedrückt Ja, egal So, erstmal zum Warmwerden IAP2-Sentinel Und Phoebe-Sentinel Black Cat kommt auch noch rein Also, dann haben wir sie Die ist auch bald fertig Die kann dann auch trainieren Und sind auch mal die anderen wieder dran Boah, schön Mittlerweile hab ich alle richtig, richtig lieb gewonnen Hier Monophilamnetz Hab ich auch noch nie gelesen Autsch, aber du tust weh Gibt's denn Unterkühlung? Ja, die gibt's generell Find ich klasse Oh, der erste Sentinels Verabschiedet sich jetzt auch Mit nem Entgifter Boah Boah, Alter Boah, macht die Schaden Wenn die sauer ist Oh, oh Das hätt ich nicht getan Gewonnen Zack, zack, zack Ach, wir machen doch mal eben voll Weil es dauert doch noch ein bisschen Bis ich aufsteige hier Bis wir wieder Level abkommen So, hier rein Diesmal ist alles dabei Lass sowas so Gucken, wie gut wir drauf klarkommen Und ich muss mal langsam Wanderen Schluck trinken Ja, wir haben mittlerweile Ein Uhr nachts Könnt ihr euch denken Wir spielen jetzt 2 Stunden 35 Bei mir steht's hier auf der Stoppuhr Äh, ich hab nämlich Ne Stoppuhr angemacht Ähm, also könnt ihr euch vorstellen Noch 2 Stunden 25 Dann haben wir halb 4 Ah Ja, bis so um den Dreh Wird das hier laufen Aber macht riesen Spaß Ich finde euch Ich hoffe Äh, ich finde, sag ich schon Ich hab auch einen Schatten Ähm, ich hoffe Es gefällt Das, äh, das Äh, mei, jaja Jetzt könnt ihr nicht mehr laden Ja, äh, labern Ja gut, um 1 Uhr nachts, ne Ne, ähm, ich hoffe Euch gefällt das Jubiläum Auch einigermaßen Also ich find's geil Mir macht das riesen Spaß hier Ich hab hier meinen Spaß Ich hoffe ihr auch Wenn ihr zuguckt Äh, wenn ihr das dann guckt Nicht zuguckt Weil ich hab ja keinen Livestream Also ausweichen, äh, hier Äh, Cyclops, ne Das find ich gar nicht in Ordnung Ich glaub, ich muss mal nachhelfen Manfred Geht Luke Cage Ich hoffe Sie lebt danach noch Gegenschlag Bitte überlebe Oh, Gott sei Dank Ist die ausgewichen Zielsuche Ja, such du mal Alter, Alter Ja, wir brauchen einige Schwarmers heute Aber ist ja auch klar Au, Scheiße Cyclops hat's erwischt Oh, der Schaden Gefällt mir prächtig Also wenn die die Glückstreffer da macht Ja, ich hab kaum noch Schaden Und ich bin Und das Geile ist ja Ich bin sogar noch Ungeschützt Ach, Verzollterten Ausgewichen Wunderbar Tschüss War nett mit dir Ausgewichen Ist doch noch geiler Das war die Unterkühlung Weg Und ich krieg das nicht mit Ui Ui Was war das denn Oh, Blackhead ist die nächste Die dann fertig ist Brauche irgendeinen Helden Ja, da kann die ja Gleich wieder rein Direkt So, holen wir sie Erstmal raus Nehmen wir erstmal In die Mitte wieder Auch ne Wurfgranate 2 Auch spring noch nicht Um hier Ja, jetzt muss ich auch Noch was vorlesen Da ist der Oberschleimer Der Bruderschaft Toad Weil die Werbung kommt Na, da stand er jetzt nicht Nicht jetzt Toad Magnetos Kleines Haustier Er hat eine Art Portal Herbeigerufen Und ist verschwunden Genau wie letztes Mal Sie wollten uns aufhalten Sie wollen uns aufhalten Tony Agent Kitty Pryde spricht gerade mit uns Agent Phoenix war voll des Lobes Das passiert nicht oft Sieht aus, als wäre Toad Von Sentinels umzingelt Können wir ihr den Nicht einfach überlassen Leider nicht Wir müssen wissen Was er weiß Außerdem muss Schein momentan Auf seinen Ruf achten Hier ist Toad Jetzt sieht er ein bisschen Ekelhaft aus Das wird auch lustig Hier habe ich das Gefühl Von Black Widow Darf sie erstmal wieder rein So, den Kampf macht jetzt Black Cat noch Dann hat sie nämlich auch erstmal Urlaub Weil dann muss sie nämlich erstmal trainieren Autsch Heiko Kolossos Autsch Oh, was soll die Stadt Warum gehst du denn da hin Nein Oh, jetzt machen sie aber alle Was zu wollen hier Ihr sollt auf den Mucke hören Hier Und nicht irgendeinen Scheiß bauen Habt ihr das verstanden? Alter, da heile ich die Und dann Och Ist das denn wahr? Wunderbar Wunderbar Ausgewichener, das liebe ich ja Und sowas lese ich gerne Ist ja auch logisch, ne Autsch Autsch Boah, endlich hört ihr wieder auf mich hier Geht doch Boah, ich hasse Sentinels Ohne Scheiß Autsch Ja, ich bin tot Ich krieg wieder nix ab So, der ist jetzt auch Geschichte Na, du musst aufladen Ich kann noch nicht mal das mehr heilen Das ist jetzt ein Riesenproblem Na, ich muss so schnell wie möglich Das Feld Das Schild hier beseitigen Nehm einfach mal Das jetzt hier wieder Bam So Der schöne Tritt So, Training verfügbar für Black Cat Hier hat er dann jetzt auch Urlaub Black Widow ist fertig Golde Mitte Team Ausdauerschub Zack, zack, zack Und da ist der größere und fiesere von meinen Genetus bei Lieblingsschurken Findest du ihn fieser als Toad oder nur größer? Kleiner von Keiner von beiden würde ein Kind einen Wunsch erfüllen und alles so gepackt tragen Sabretus Schöner Name So, wer will Brauche einen Infiltrator Ja, Black Widow Kannst direkt nochmal rein Also, die hat aber zu tun, Leute So, das ist jetzt erstmal wieder zum Warmwerden Wen nehmen wir denn jetzt? So Boah, Iron Man zieht aber auch davon Ich würde sagen, mal Iron Fist ist mal wieder rein Ja, die müssten ja halt alle auch trainiert werden, ne? Und so ist das ja dann auch schön Bam, bam Oh, lass mich hier in Ruhe Energie Stoß Aua Aber Hauptsache, ich hab ja da so eine Art Heiler dabei Och, das ist doch nicht wahr So, alle unterkühlt Aber der hier macht's nicht mehr lange Nämlich gar nicht mehr, der ist nämlich schon weg Oh, oh Ne, ne, kommt nicht in die Tüte Hast du gesehen? Ich heile mich Pech gehabt Schön Ja, so lange gehen die Lechse wieder los Oder täusche ich mich da etwas? So, wunderbar Ein Ninja Bios 8 kassiert Und der ist weg Black Widow ist schon wieder fertig Die hat's jetzt aber auch, die Frau Und kriegen wir denn ein schönes Ein Heilserum 1 Und ein bisschen Kohle Ja, Kolossus hab ich leider nicht Große Gefahr Ah, das ist nicht gut Also, Psychos bleibt sowieso Komm, nehmen wir mal ein Bequido So 99, 100 Oh, die haben aber da viel Agent Prada Ruf des Nordens Wunderbar schonmal Schön gemacht Tritt wie ein Maultier Das ist jetzt aber unfair Aua, Alter Alter, da tut weh Alter, nein Das war jetzt scheiße Okay, dann müssen wir halt andere Geschütze auffahren Also, ich bin gleich auch tot Also, jetzt krieg ich der nächste die ab Am besten ist der hier unten Dann geht der mir nämlich schon mal nicht mehr auf den Sack Dann dürfte er nämlich nicht überleben Genau Alter, du Drecksack Komplett Heilung Nur für mich So, der geht gleich schon ganz alleine kaputt Autsch Man merkt doch, dass ich ungeschützt bin Der kriegt mal die Chaosgranate ab Er hier Jetzt bin ich auch noch tot Das wird eng Ich geb's zu Das wird eng Ausgewichen Wunderbar Boah, jawoll Und die Drittel sind am geilsten Bei den Frauen hier Aber wenn die zutreten Da wächst ja gar nichts mehr So Das selbe Spielchen nochmal Welle 1 Level Welle 2 Gefällt mir gar nicht Ich hasse Wellen Oh Da kriegt Da kriegt Da kriegt Ohne Scheiß Da kriegt doch jeder die Krise So Mein letzter Notruf Agent Lenaco Deflektor Faust Boom Boom Aber ich bin jetzt schon froh Wenn die letzten Sentinels Hier abgearbeitet sind Das ist ja Furchtbar 317er Falt Aber genial Mal eben 500 Schaden gemacht Oh ne Ableibungsfeld Alter Falter Aber der ist schonmal weg Wen willst du denn beschützen? Mache ich denn eigentlich? Du musst schonmal aufladen Weil wir gleich wieder dran sind Hey ich hab mal gelassen Du musst aber eigentlich auch aufladen So du hast noch 5 gut Dann kann ich nämlich noch ein Schawarma reinknallen Boah Da läuft er jetzt aber Taktisch wie am Schnürchen Nein Warum ist das denn weg? Geht doch Da hilf ich sofort nach Oh Oh wunderbar Oh Ich bin jetzt Ja Ich bin jetzt ich soll ja auch mal ein bisschen überleben hier die frau ich bin jetzt wieder ein bisschen angespannt gewesen bin ich eigentlich relativ schnell fett immer auf dem braucht sich keiner mehr kümmern da unten ich kümmere mich deswegen um den da oben schon mal damit er seine hand lenk rakete dazu loslässt kritisch und 87 weg ok dann machen wir auch jetzt ende so tschüss ok super das ist auch bald soweit viel mehr viel so das war's da jetzt machen wir erstmal tot wir haben wir noch 13 dann müssen wir noch mal zwei drauf packen auch gleich ist dr strange fertig jetzt muss ich doch noch notrufe holen natürlich sind die besten natürlich weg das ist nichts gegen euch aber ich habe natürlich welche hier die haben aber die sind überall über level 150 und die haben natürlich richtig war auch im kasten ihr seid natürlich alle prima und schawarma wunderbar so heiter in shabies iso 8 energie kohle schallpunkte dennis gehen wir noch mal zu andré zum maku zum maku zum maku zum maku zum maku Oh, eine mystische Munition gekriegt. Das ist doch klasse. So, dann haben wir noch ein paar in der Hinterhand. So, guck mal hier. Sebastian ist ganz weit weg auf Level 171. Boah. Heftig. Aber Respekt, so weit zu sein. Vom Level her. So, Miniboss. Kitty, kitty. Komm, kitty, kitty. Ich gett. Jedes Kätzchen weiß, dass man von Krötenwarzen bekommt. Perfektes Timing. Gerade haben mich ein paar Jungs gefunden, die ich gerne kennenlernen würde. Sag schön Hallo. Oh ja, das sieht doch gut aus. So. Der Miniboss kann losgehen. Ich glaube, ich muss das Spiel gleich nochmal neu starten. Weil, die Lecks fangen wieder an. Das sehe ich an meiner Frapszahl. Die saugt sich nämlich ab. Schöne Wurfgranate. Probieren wir mal aus. Dann haben wir den erfasenverschobenen Angriff. Löst keine Gegenangriffe aus und schützt keine Fähigkeiten. Wird unkörperlich. Weicht allen Angriffen automatisch aus. So, probieren wir mal direkt aus. Oh ja. Plus Kampfreflexe. Autsch. Okay, das war jetzt aber heftig. Komm, Notruf muss her. Die Unsichtbare kommt. Kraft-Tagel. Wunderbar. Heilen. Cycles brauchen wir definitiv noch. Nächste Attack ist der hinterhältige Angriff. Macht 183 Schaden. Das ist doch schon mal ordentlich. Riecht mich aber auf, dass die alle hintereinander dürfen. Oh, der erste ist weg. Der zweite folgt gleich. Hoffe ich mal. Probieren wir mal die letzte Attacke aus. Schattentritt. Ja, die Frau ist eigentlich nicht schlecht. Das kriegst du wieder. Habe ich doch gesagt. Okay, dann machen wir jetzt mal eine komplette Heilrunde. Und zwar auf einen Schlag. Wir haben ja noch... Wo haben wir es denn? Da, Team Erste-Hilfe-Paket. So. Repulsorfaust. Wow. Tschüss. So, wer kommt denn da jetzt? Da ist Toad. Hi, Toad. Froschchenkel. Bah. Spreiz doch die Beine nicht so. Fliegenfänger. Der hat die Kampfreflexe, hat der? Okay. 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 Das ist jetzt allerdings doof. Ich werde uns agil machen. Autsch. Da hält die Cyclops nie durch. Habe ich mir fast gedacht. So. Vergiften wir dich auch noch, mein Freund. Das brauchen wir jetzt auch. Pass auf. Ähm. Was haben wir denn da? Hihihi. Team Ausdauerschut-Paket. Schön ausgewichen. Schön nochmal. Autsch. So. Jetzt machen wir dich ungeschützt. Das ist am besten. Kälteeinbruch. Autsch. 865 sind noch da. Wir haben jetzt auch gerade die 3-Stunden-Marke geknackt. Sehe ich gerade. Das heißt, über die Hälfte haben wir schon geschafft. So schnell schon. Oh. Kommt mir gar nicht so lange vor. 546 Jahre noch. Wer hatte mal 1800. Schade, dass Cyclops das wieder nicht überlegt hat. Der kriegt nicht... Der kriegt nicht auf Level 7 so. Ist doch scheiße. So. 196 noch. So. Das reicht. Tschüss. So. Das haben wir gewonnen. 95. Er kriegt nur 23. Das ist scheiße. Er ist weg. Rausgehüpft, als würde er brennen. Am Times Square kann sogar Toad untertauchen. Hey. Wie redest du denn über die Touristen? Genug. Toad ist nicht das einzige Mitglied der Bruderschaft hier. Jemand steuert noch die Sentinels. Wir haben zu tun. Ja. Und zwar dieser Vogel hier oben. Und er ist ganz alleine. Hihi. Kitty Pryde. Xavias ausgewählte Verräterin. Ach, wie süß. Ich bedauere es schon fast, dir die Scheiße rauszuprügeln, um dich gewohlt einzusperren. Und ich bedauere es fast, dich in Fetzen zu reißen. Fast. Ja, Cyclops bleibt auf jeden Fall. Boah, der fiel. 2848. Mutaler Heap. Oh, der tut auch wirklich weh. Verletzt. Doppelangriff. Kitty Pryde ist scheiße für den Kerl. Alter, halt reicht. Alter, scheiße. Das ist jetzt richtig schwul. Oh, leck doch jetzt nicht so. Und ich hab nicht geheilt, ne? Hm, ja toll. Müllwurf. Müll kannst du behalten, mein Freund. Moment. Ich mach einmal kurz so. Ich weiß, es ist blöd, aber... Müsst du aber einmal so machen. Ich krieg dir sonst hier nicht klein. Ich kann sie auch noch selber heilen. Boah, ey. Na, wir müssen einmal so machen. Damit er ungeschützt ist. Vergiftet ist er auch schon nicht mehr. Alter, das geht doch nie gut hier. Okay. Autsch. 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 Gefällt mir alles nicht. Der ist mir zu stark. Ich glaube, ich muss die Taktik ändern. Ich kann nur leider Kitty Pryde nicht wegnehmen. Und das riecht mich auf. Ich glaube, der ist mir noch zu stark hier. Auch herausfordernd. Das war heftig. Leck deine Wunden, kleines Kätzchen. Und dann komm wieder und hol dir neue ab. Okay. Gucken, wie es jetzt aussieht. Oh man. Iron Man muss ran. Alter. Ich bin gleich schon tot. Immer Miss Marvel. Das ist doch nicht mehr normal. Hallo Jungs. Geil. Rüstungsschmelzen angesagt. Alter Falter. Hi. Ja, ich muss am Leben bleiben. Boah, das ist nicht wahr. Er fasst Strahlungskontakt. Boah, ich hasse diese Selbstreidekraft. Tja, Junge. Ich mach dich jetzt auch noch ungeschützt, mein Freund. Ist mir scheißegal. Der Junge darf hier nicht überleben. So, da kriegst du jetzt auch noch. So, er blutet, verbrennt. Friert. Und hat Strahlenkontakt. Jetzt hab ich auch noch Frosch im Hals. Oh. Kitty Pryde ist betäubt. Ich bin tot. So. Das müsste jetzt aber reichen hier, oder? 103 noch. Null. Gott sei Dank, ey. Also auf Iron Man ist so richtig Verlass. So. Boss-Belohnung. Haben wir denn hier Schönes? Verbesserte Folies. Herzpieke. Blutungen. Buffs entfernen. Was ist das hier? Angriffsbeschleuniger. Zorn des Sergeants. Oh. Ich will aber eher Kommandopunkte. Die will ich immer. Ein. Ja, immerhin. Besser als gar nix. Haben wir drei. Jetzt schaltet du da um. Das gibt's doch nicht. Subtruth. Ach. Werbung. Hau doch mal ab. Jetzt kann ich dir noch nichtmals hier vorlesen. Nicht jetzt. Subtruth ist hier raus. Das war schon fast zu einfach. Sagt Kitty Pryde. Jetzt hängt hier alles. Wenn es zu einfach scheint, war es das. Jetzt hängt alles. Ich muss gleich das Spiel nochmal neu starten. Ich frage mich, was Magneto vorhat, während die Sentinels die Hölle entfachen. Die sollen noch was abschirmen. Vielleicht MGH? Mehr Testsubjekte? Kann sein. Mutanten, Wachstumshormon und ISO 8 auf derselben Party? Stecken wir auf dem Helicraria die Köpfe zusammen. Da kommt er. Und ich mache gleich einen Neustart eben vom Spiel. Ausgang. So, wir sind hier fertig. So, der erste Stern ist sicher. Wie immer. Magneto spielt hier ein Spiel. Er versucht uns aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir registrieren in ganz New York Mutantenaktivität. Alarm. Da kommt was. Die Sicherheit auf Rikers Island ist gefährdet. Alle Agenten sofort zum Einsatz. Keine Pause für Child. Vergiss Magneto vor es. Wir brauchen dich jetzt bei Rikers Island. Abgeschlossen. Ist freigeschaltet. Haben wir denn hier? Rikuteer sieben Helden. Das haben wir ja Gott sei Dank nie gekriegt. Erlangen insgesamt 25 Storymeistersterne. Das haben wir ja Gott sei Dank auch. Brrrr. Das war knapp. Ja. Gut. Dann. Schalten wir jetzt hier endlich ihn frei. Dr. Strange ist auf Stufe 6 angekommen und hat jetzt die Walddordämpfe drauf. Geilomato. Die Rüstung will ich noch haben. Glaube ich. Die hole ich mir auch noch. Ich glaube die hole ich mir auch noch. So. So ich starte jetzt einmal kurz das Spiel neu. Wie ihr seht ihr hängt alles. So einmal neu starten. Komm. So. Es wird schon geladen. So. Wie ihr hört sind wir auch schon wieder da. So. Das ist schon wieder viel besser. Ja. Das hier machen wir ja gerade. Sind am forschen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Sondern es geht jetzt darum. Boah. Cyclops immer noch nicht auf Level 7. Ey. Wie viel fehlt dem eigentlich noch? Ich guck mal eben. Aber nicht im Laden noch bin ich doof. Sondern hier im Team. So. Wie viel braucht der denn noch? Guck mal. Guckt euch das mal an. Wir können die Fackel trainieren. Black Cat trainieren. Cyclops fehlen. 132. Äh. Cyclops meinte ich. So. Was machen wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch eine Stunde und 38 Minuten. Und in der ganzen Zeit gibt es jetzt die fette PvP Session. Wir spielen jetzt nur noch PvP. So. Du kommst raus. Du kommst rein. Das wird jetzt geil. Los geht's. Es steht ja 3 zu 2, wenn ich mich nicht ganz vertan hab. Jetzt in der Zeit. Das ist schon etwas länger her. So. Oh oh. Fackel 11. Iron Man 10. Oh ha. Der hat aber nicht viele. Aber dafür hat er die beiden aber sehr hoch. Und ich wette mit euch. Die kommen jetzt auch dran. Ah. Oh. Der hat sehr viel verteilt. 21.000. Wir haben dafür mehr Angriff. Man sieht sofort, wo der Unterschied ist. Oh. Schön. Es leckt nicht mehr. Wunderbar. So. Du bist jetzt erstmal hier schockgefrostet. Zack. Dunkle. Walther Dämpfe. Jawohl. Und dunkle Leere kriegen sie alle. Und die macht Schaden. Und die beam. Autsch. Autsch. Alter. Hast du sie nicht alle? Habe ich gerade gesehen. Unterkühlung. Deflektorschild. Wunderbar. Zwei Schaden nur genommen. So. Alle Wüstungen schmelzen. Lass du zweimal angreifen. Ich durchbeche hier alles. So. Jetzt kommt der Linderungsschub. Darf's nochmal. Dann sofort auf die Fackel nach Scheiße. Hallo Jungs. Okay. Tag ab hier. Also Iron Man ist gleich Geschichte. Aber ich glaube Dr. Strange geht jetzt weg. Habe ich so ein Gefühl? Nein. Doch nicht. Dann kriegst du das jetzt hier ab. Wunderbar. Ich liebe diese Rüstung. Beste überhaupt. Warte. Zeitgab an Rüstungen irgendwie. Okay. 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 Tschüss. Tschüss. Aufladen. Oh. So einer bist du also. Tja. Tut mir leid. Da kann ich nicht mitmachen. Gewonnen. So kann das weitergehen. Ey. Ohne Scheiß. Vier Zwei. Spring doch nicht um. Werbung aus. Ich drücke immer wieder drauf. Wir kriegen eine Tresorkiste. Wir haben jetzt mittlerweile schon neun Stück. Das finde ich klasse. So wir sind bei 33,3%. Nach sechster Angriff. Also läuft ja. Turnierkampf. Nächster. Oh. Voll. Aber egal. So. Hau mal ab. Wie haben wir denn? Ach. Dasselbe Spielchen nochmal in grün. Nur mit dem Unterschied, dass wir nicht anfangen dürfen. Aua. Aua. Aber erst mal der Linderungsschub. Toll. Irgendwie macht das keinen Schaden. Das sieht schon viel besser aus. Gewaltige Injektion. Oh. Feichling. Aua. Oh. Ich lebe noch. Ne. Ich bin tot. Leider. Da ich brenne. Sonst werde ich auch so. Das war ja echt knapp. Deflector Schild Raketenhagel. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot gesagt. Walto Dämpfe. Ja. Boom. Ich meine sogar noch Schaden. Ich bin tot. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Jetzt kümmern wir uns um die Fackel. So, der Schlagungskontakt ist vorhanden. Und der Schaden ist auch erheblich groß. Schallfaust, ouch. Seist du Rückkopplung. Verstärkung anfordern. Hallo Jungs. Geil, ey. Besser kann es nicht laufen. Deflektor-Schild ist wieder da. Geil, einfach nur geil. So, er ist weg. Komm, du kriegst noch einen schönen Raketenschuss ab. Tschüss, das war's. 5 zu 2. So, wir hauen aber ab hier. Wir steigen gleich wieder ein Level auf. So, das ist ja auch erledigt. Das Fair-Quest. 30 Erfahrungspunkte bekommen. Noch eine Tresorkiste. Und den täglichen PvP-Bonus. Wir bekommen... ... einmal 5 Kämpfe, damit wir weitermachen können. Mora. Wir haben an mich gedacht. Wir steigen das Level auf. Wir sind jetzt auf 45. Wir haben angefangen auf 41. Müsst ihr euch mal vorstellen. Neu. Nutz die Fähigkeit Repulsor-Strahl von Iron Man 4 Mal. Gilt halt auch mit der alten Rüstung. Äh, mit der neuen. So, 4 gewonnen. Okay. Probieren wir einfach mal aus. Wir nehmen jetzt einfach mal hier Iron Man. War Machine und die Fackel. Erstmal in den Linderungsschub rein. So, dann wollen wir direkt die Rüstung schmelzen. Am War Machine könnte jetzt für Iron Man zum Nachteil werden. Genau deswegen... Das könnten wir verlieren. Bin ich jetzt ehrlich. Leicht wird's nicht. Hallo Jungs. Oh, wunderbar. Rau drauf. Ich muss die War Machine loswerden. Sword is hard. Da ist sie. Autsch. Oh, oh. Ich muss die Walther-Dämpfe reinhauen. Ne, komm. Die lassen wir nochmal stecken. Wunderbar. Das reicht. Jetzt sowieso. So, jetzt nehmen wir mal die Repulsor-Kanonen. Gucken, ob das jetzt was bringt. Was da jetzt gleich steht. So, Iron Man ist, glaube ich, jetzt sowieso weg. Ne, doch nicht. Oder? Lowe Explosion. Wuhu. Wir leben alle noch. Unglaublich. So, jetzt können wir uns in Ruhe um die Facke kümmern. Ah, Mist. Wuhu. Ich finde das geil, dass die zweimal angreifen. Ab und zu. Ich finde das klasse. So, der ist fast weg. Unterkühlung 307. Das ist übel viel Schaden. So, tschüss. Ich gehe in der Stunde noch hin, ja. Hat das was gebracht? Nein, hat es nicht. Nein, hat es nicht. Da müsste ich auf die alte Rüstung wechseln. Och, nöööö. Oh, das mach ich aber jetzt hier nicht in PvP, du. So, wir gehen jetzt mal kurz in den Laden. Nein, nicht in den Laden. Warum will ich immer in den Laden? So, hier. Was bekommst du? Können das zweimal jetzt machen. Wir bekommen Gegenschlag. Dann bekommen wir ein neues Heftchen, ein neues Heftchen, X-Man, Volume 1, Nachgeschlag, Schnürgranate, Ausdauerserum, Belebenspaket 2 und das Regenerationsserum. Wir müssen alle 8 Covers haben, um Juggernaut freizuschalten. Dresorkisten öffnen, machen wir direkt nochmal. So. Wir kriegen ISO 8 ohne Ende. Ein neues Heftchen, New Excalibur, Streuggranate, ein Kommandopunkt, ein Kommandopunkt, juhu. Wir haben schon wieder 4. Wir sind bei 28,47 Prozent. So gut waren wir noch nie dabei. Was ist denn der PvP-Bonus? Ach so, ja, stimmt. So. Nächster Kampf. Auffüllen? Klar, kein Ding. So, wieder voll. Uiuhuiuiui. Wir haben jetzt aber unseren Spaß hier. Wer ist das denn hier? X23. Ach, ich nehm's einfach mit allen auf. Iron Man und Sif. Oh. Iron Man, neue Rüstung. Gegen Iron Man, neue Rüstung. Ja, ich hab's verstanden Autsch Fulis Herzpickel Da könnte jetzt aber echt eine übelste Schlacht werden Uh, 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 uh So, Walters Dämpfer haben wir jetzt auch Boah, wunderbar Bald ist hier Iron Man Geschichte Er muss hier weg Er ist weg Jawoll Ja, Dr. Strange aber dafür auch So, was mach ich jetzt nochmal, nur noch Um nicht mehr sicher zu gehen Aber ich lebe nicht mehr lange, das ist das Problem Ich lebe gar nicht mehr Leben wir noch Ich will überleben, Freundchen Nein, ah, ganz knapp Ach, schade, verloren Schade, das war knapp Das war wirklich knapp Nächster Kampf So, dann trinke ich jetzt den restlichen Schluck Hier jetzt auch noch leer Dann hab ich nix mehr Lecker, lecker, lecker Wie haben wir denn hier? Quicksilver Aber ich glaube in der neuen Rüstung Oh, der ist blau statt grün Schwermetall Oh, der geht mir jetzt schon um den Sack Ja, mach nur mal einen Zeitsprung Oh, ne Kriegswaren und so'n Scheiß So, darf ich jetzt auch Oder ist das jetzt hier nicht mehr erlaubt? Ja, du hast dich markiert Ich hab's verstanden Oh, Junge Oh, Junge Alter Du durchbrichst sogar meinen Deflektor-Schild Das hätte übel Schaden gemacht Meine Verteidigung ist übelst hart gerade Ist schon aber da dreifach Au, au Autsch Vergangenheitsstoß Alter, hat der Hat der einen Schatten oder wat? So, du gehst mir auch nicht mehr auf den Senkel Oh, mach doch nicht Dr. Strange tot Autsch Autsch Noch ist nichts verloren Also wenn ich das alleine überlebe, ist das gut Danke Danke Geschafft, jawoll Ich regel das Ding hier schon alleine Ich brauch alles, ich brauch kein Iron Man, ich brauch kein Dr. Strange Ich kann also alleine Wir sind Rang 861, ich glaub so hoch war ich noch nie Zehn Angriffe geschafft Wir sind 28,84% wieder Uah, so ne Teite So, wir gehen jetzt aber nochmal kurz raus Ganz kurz Wirklich ganz kurz Ich hab nämlich was vor Das hier will ich jetzt hinter mir haben Geht ganz schnell So So Da fehlen noch 132 Erfahrungspunkte Das kann ich angehen Na, falsch Ich weiß nicht, sonst fühle ich mich nicht wohl Ja, 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 ja So, genau die perfekte Kombo So, du musst einfach nur Repulsorstrahl einsetzen Viermal Das reicht mir schon Ich mach gar nix Das ist Fakt Ich mach nix Boah, die Rüstung ist so blöd So, nochmal Repulsorstrahl 20 Erfahrungspunkte nur Gibt's doch nicht So, das ganze Spielchen nochmal Ich glaub, da müssen wir dann jetzt eben schnell zweimal machen Aber wir haben ja Zeit Ist ja das Schöne Alter, das dürfte jetzt aber Äh Autsch Sag ich doch Autsch So, auch fertig Viper Viper Nein, wir nehmen Cyclops mit Weil mehr Erfahrungspunkte Ja, damit räche ich die nie und immer Autsch Autsch So, unterkühlt und vergiftet Das ist schonmal schön Zack Autsch 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 Alter Falter Aber dabei ist das jetzt alles schön kritisch So, 331 noch Ich hoffe nicht stirbt jetzt hier keiner Aua, 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 aua Vor allem Cyclops darf mir hier nicht sterben So, erledigt Tschüss, gewonnen 65, ach komm, einmal müssen wir noch Geht aber schnell Bossbelohnung Vielleicht gibt's ja hier noch schön ein paar paar Kommandopunkte Können wir ja auch gut gebrauchen Nö Nö, wir kriegen ein Quanten-Elixier Ist das eigentlich Modifizierter D-A-R-S-Unterdrücker Betäubt Cool Aber auch nur 30%ig Zack, 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 zack Ausgang Seht ihr, das geht ja ganz flott So Noch einmal Und das haben wir auch alles gleich geschafft Trainieren muss ich dann halt Kann ich auch gleich machen Den wird also der erste Von den ganzen Trainierten Den ich trainieren kann So, nochmal schnell hier rein Nein So 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 Haben wir schon von Anfang an So Das war's Der ist geschlagen 30 Erfahrungspunkte gibt's dafür Zack, 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 zack Beende sechs Flugferndeck-Einsätze Das muss ja jetzt nicht sein So Allman kann raus Shihak darf auch mal wieder Die haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen Wow Wow So Für den reicht das schon So So Das war's Auch jetzt Zum zweiten Mal So Cyclops ist fertig Dann kann er auch direkt loslegen Dauert ja nur Vier Stunden Hier haben wir eine andere Uniform Cool Die sah ja geil aus Ist vorbei Och schade Hab ich nicht mitgekriegt So Viper Agent Schmidt Get the pride Rufe Lockhead Geil Das war geil Das war geil Darfst du direkt nochmal machen Solltest du aber eigentlich Das war jetzt so klar Sollte du jetzt wieder mit deiner blöden Zunge da drauf haust Unshabi ist hier so 8 Ja viel ist aber von der jetzt nicht mehr übrig Also wir sind hier trotzdem noch Obwohl da Level 50 angebracht ist Sind wir total überlegen hier So Das reicht schon Knapp Aber jetzt reicht sowieso So Tschüss So Kriegen wir jetzt mal vielleicht ein paar Kommandopunkte ab Ein Na immerhin Wir sind jetzt wieder bei 5 angekommen Oh Da springt der Bildschirm wieder um Nein Werbung aus Wie oft eigentlich noch Ist ja schrecklich hier So Recyclus ist am trainieren Flugferdendeck einsetzt Obwohl könnten wir eben schnell machen Und zwar alle die Die nicht mitmachen Da wären zum Beispiel Hawkeye Black Widow She-Hulk Iron Fist Okay Wir trainiert Wir trainiert Okay Okay Dann müssen wir das gleich nochmal machen Und zwar Die letzten zwei In 10 Minuten Wir haben ja Zeit Wir müssen ja keine Hektik machen So Jetzt müssen wir erstmal wieder Bevor ich das vergesse Dann würde ich mich ja ohrfeigen Ausrüsten Kann ich eigentlich noch irgendjemanden mit ISO 8 vollballern? Nö Alles perfekt So Ich habe jetzt vergessen Wie viel steht Aber können wir ja mal gerne nachgucken Kann ich das denn nochmal lesen? Da Kampfberichte Also Es steht 4 zu 1 2 3 4 7 zu 4 So Los geht's Nächster Kampf Und wir dürfen Und da ist auch noch Rescue Bei Sehe ich gerade Oh mein Gott Das wird jetzt richtig schwer Weil hier ist Rescue Iron Man in neuer Uniform Black Widow in neuer Uniform Captain Und Hawkeye in neuer Uniform Ach du Scheiße Und Wolverine in neuer Uniform Das gefällt mir nicht Hackblock Ja er darf Warum darf der das? Ist er dran? Eigentlich nicht Jetzt ist er erst dran Troll Oh Aua Warum eigentlich Die ganze Zeit Auf mich? So Hier Deswegen aber Was sehen ihr Jungs Und Oh nein Er ist betreut Alter Das macht so Schaden Kommt nochmal Jungs Da hat der noch 13 Ich glaub das nicht Zwei weg Nur noch Iron Man alleine hier Das muss ja wohl zu schaffen sein Jawohl Das machen meine Jungs 8 zu 4 25,46% Wir sollten Ich glaub Sollten wir den Kampf Jetzt gewinnen Steigen wir das erste Mal In die Goldene Liga auf Das allererste Mal Und das direkt Und das in der Jubiläumsfolge Was hier heute alles passiert Das ist unglaublich Das ist wirklich unglaublich Ich darf bestimmt nicht anfangen Nö War klar Direkt dreimal bluten Das ist heftig Wir können das Ding Jetzt hier gewinnen Aber Das war jetzt doof Das hat er schlau gemacht Aber die unsichtbare Hat so übelst Sachen hier Hallo Jungs Ja Euch hab ich echt vermisst Ihr seid die geilsten So Die ist schon mal weg Vier Schaden Alles geil So Die Fackel ist auch weg Es sieht sehr gut aus Ich möchte aber nichts verschreien Doch das sieht sehr gut aus Doch das haben wir Auch wenn Iron Man nicht überlebt Aber wir gewinnen So steigen wir jetzt in die Goldene Liga auf Das wäre natürlich der Werner Glückwunsch Du wurdest befördert In die Goldene Liga Jawoll Das allererste Mal Und ihr kriegt es mit Ihr seid dabei Hammer 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 geil Goldene Liga Jungs Das ist der Hammer 22,75% Ich kann nicht mehr Freunde Oh Leute Und das hier kriegen wir bestimmt auch noch voll Wir haben jetzt 4 Mark und 4 gemacht Aber gut Wir haben noch Etwas mehr wie eine Stunde Aber wir haben die Goldene Liga erreicht Mein Ziel Oh da hat jemand auch den Froster Ich bin also nicht der einzigste Der den hier hat Ja Dr. Stranger Guckst du blöd Ich kann das auch Nachmacher Wenn er jetzt auf Rüstungsschmelzen macht Dann macht er mich aber gut nach Nein Dann muss man direkt hier den Unibio reinknallen Verstärkung anfordern Hallo Jungs Ah So einer bist du also Machst du jetzt Deflektor Faust Oh das wird eng Ah scheiße Das wird jetzt wirklich schwer Autsch Mit Unterkühlung ist Iron Man Geschichte Kaum in der Goldene Liga Direkt verkackt hier Oh der chillt der Seraphim Ja ne ist klar Also Leute Ich verliere gegen eine Frau Da steht nämlich Angelika Oder Angelika Weiß ja nicht wie man Wie der ausgesprochen wird Weil ich die Person natürlich nicht kenne So wir haben jetzt verloren Wofür willst du jetzt so Verstärkung anfordern So ich hoffe wir fallen jetzt nicht wieder raus Herabgestuft Ach scheiße Oh kacke Wir werden dann herabgestuft Das ist natürlich jetzt ganz blöd Hm Captain America Glaube ich nicht Ja beschütze wenn das Oh nur auf dich Oh das war aber schlau Das war jetzt aber schlau Du nimmst ja jetzt alles Auf deine Kappe hier Okay das sollte man nicht Unterschätzen hier Ich will wieder In die Goldene zurück Das geht gar nicht klar Ausgewichen Ausgewichen Was Iron Man in Ruhe Mein Freund Immer noch Gibt's doch nicht Wie lange hält in dieser scheiß Schildwahl Der soll mal seine riesen Wumme da einsetzen Ich will wissen was das für Ding ist Das ist ein riesen Ding So Jetzt bist du aber weg Boah ich liebe diese Rüstung immer noch Die Jungs kommen auch noch mal vorbei Sagen guten Tag Stand da zumindest Jo Aber nur für den Jungen hier Boah So jetzt bist du auch noch unterkühlt Das war's für dich So wir steigen wieder auf Gut Flugdeck ist fertig Sammeln wir eben mal alles ein Dann können nämlich die letzten zwei Nämlich auch noch mal gehen Also Iron Fist darf gehen Und Ich würde sagen Skihike darf auch noch mal gehen So dann gehen wir direkt wieder zurück Und kloppen uns hier weiter Ich will die Goldene Liga jetzt hier verteidigen Oha Hawkeye Level 10 Die Fackel 11 Iron Man 11 Scarlet Witch auf 8 Der Devil 10 Und die Unsichtbare auf 10 Ach du Scheiße Hawkeye und die Fackel Ja mach du mal ein genaues Ziel Nein Gut Phönix Fessel Au Die sieht ja mal geil aus Oh Oh Na schlau gemacht Das sieht nicht gut aus Habe ich irgendwie so ein Gefühl Alter Ich schreibe jetzt eben kurz zurück Keine Zeit So Der lebt ja immer noch Iron Man hat noch 19 Aber er lebt nicht mehr lange 1109 Ja du hast doch wohl Schatten Nur noch ich bin da Aber die Fackel Die Fackel gegen mich Aua Alter Falter Warum lebt das scheiß Ding noch Oha Flieg schon wieder aus der Goldenen Liga raus Gibt's doch nicht Ey Boah Ey Ist ja ein richtiger Kampf Kann doch nicht wahr sein Mann Egal Kloppen uns eh wieder hin Hoffe ich mal Ja sie wurden Ja gut gestuft in Die Silberliga Die da fehlten eh Fällt mir mal grad so auf Ach du Scheiße Das bleibt so krass Jetzt hier Iron Man und die Unsichtbare Und die Unsichtbare auch noch so Am Ende Immerhin dürfen wir anfangen Boah Das ist jetzt richtig schwul Oh meine Jungs Komm Nö nö Oh das ist jetzt aber fies 881 Wie geht das denn Warum sind die so verdammt stark Alter Ich gehe gar nicht Die Fleck das schon von 5 oder 540 Ist auch nicht schlecht Warum ziehen die so viel ab Alter Das geht doch gar nicht Alter Da komme ich doch gar nicht mehr durch Ne Das ist Verloren Was Ich bin geschockt jetzt Okay wir fallen runter Das gefällt mir nicht Zweimal die Goldene Liga erreicht Und ich will da eigentlich bleiben Dr. Strange und Iron Man Meine Kombo Nur verbessert mit beiden Uniformen Das ist fies Alle ausgewichen außer Iron Man Oh Mann Das gefällt mir alles nicht Das gefällt mir alles ganz und gar nicht Das gefällt mir jetzt hier nicht nochmal aus Geht doch Geht doch Iron Man schützen hier Alles klar Geht doch nicht Oh Mann Deine Oh, so ein Scheiß. Oh oh. Ey, ihr seid auf meiner Seite und nicht auf seiner. Was soll denn das? Bin ich nie in Ordnung. Muss ich ehrlich mal sagen. Das ist echt nicht in Ordnung. Blöden Jungs. Ich dachte, die sind auf meiner Seite hier. Oh. Ach ja, der hat ja ein Schild ohne Ende. Oh man. Ist noch keiner tot. Aber ich habe schon einen verloren und alle anderen beiden sterben jetzt auch gleich. Oder jetzt sofort. Ah, nee. Ja, die 4-Stunden-Marke ist jetzt auch geknackt. Das heißt, die letzte Stunde bricht hier an. Ja, jetzt fallen wir wirklich zurück. Jetzt fallen wir wirklich runter. Muss doch nicht sein. Oh, gibt's doch nicht, ey. Oh, wie kann man nur so viele Helden haben? Ich sehe so leer aus. Dr. Strange und Storm. Phoenix Vessel. Ja, nee. Ist klar. Warum hat er den Scheiß jetzt schon? Das gibt's doch alles nicht. Ja, nee. Ist klar. Haha. So, dafür kriegst du jetzt zurück. So, was ist jetzt Storm für eine Schutzschleier? Och, nö. So. Sturmschrufen hinter das Bein. Wenn die mal richtig Krach machen würde. Das wär geil. Okay. Okay. Oh, ich krieg die Krise hier. Bei ihm siehst du nur was rumfliegen hier. Gibt's doch nicht. Oh, oh. Bonus-Schaden. Ja, mach mir ruhig mal. Bonus-Schaden. Ja, ja. Storm hier schützen wollen. Ja, toll. Kann Storm eigentlich auch noch was anderes oder macht ihr das jetzt wieder hier? Ein Blitz. Ouch. Da immer in einem Eimer getroffen. Herrin der Elemente. Ouch. Boah. Boah. So, weg. Boah. Ich glaub, das war's. Oder? 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 Jawohl. Der ist weg. Der ist auch weg. Boah. Flugdecke ist auch fertig. Nochmal 30 Erfahrungspunkte oben drauf. Ich setze Schiak im Kampf ein. Nütze die Fähigkeit Granitwurf viermal und die Fähigkeit Temposchub fünfmal. Das mach ich jetzt aber garantiert nicht mehr. Hier, ich bin nämlich hier grad mitten drin stand nur dabei. Wie viele Kämpfer haben wir denn mittlerweile eigentlich im Schaft? Zehn. So, voll machen. Ich hab genug davon. Von diesen PvP-Teilen. Ich sag doch. Ich hätt sogar ein reines fünfstündiges Jubiläums-Pvp-Ding machen können. Das hätt gereicht. Ohne Scheiß. Da ist War Machine. Und die Fackel. Oh. Also ich muss die War Machine... Ach du Scheiße. Was macht der denn da? Was hat der denn da jetzt gemacht? Das war krass. Ja, wie oft denn jetzt noch? Hallo? Geht's noch? Ja, Dr. Strange ist schon mal Geschichte. Das ist scheiße. Da hat er aber gute Vorarbeit geleistet. Immerhin War Machine los. Das ist schon mal etwas. Ja, ich bin tot. Ich bin auch gleich tot. Das gewinne ich doch niemals. Ich darf nicht mehr in die Goldene Liga. Ich darf nicht. Man verweigert's mir hier. Kann doch nicht wahr sein. Oh, die Fackel. Ich hasse diese Fackel in der... Als Gegner in... Ich glaub, die hol ich mir auch noch. Also ich brauch Uniformen. Ganz viele. Das heißt, ich brauch ganz viele Kommandopunkte. Aber er kommt Gott sei Dank nicht. Aber du bist reif. Autsch! Ey, die machen Schaden hier. Ne? Das ist doch nicht mehr normal. Das hält man doch im Kopf nicht aus. Alter, das hält man doch alles nicht im Kopf... Alles nur im Kopf nicht aus. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Hallo, habt ihr jetzt mal... Boah, 30 hat der noch. Nein, doch. Hallo, Jungs! Zack, 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 zack. So, der ist auch erledigt. Aua! Das kannst du mit mir nicht machen hier. Hallo, Jungs! So, die kommen schön auch vorbei. Aber die machen Schaden hier. Das ist übel. Na, wir sind ja bei 26. Oh, nee. Lass mich doch mal in der Köln in Liga. Die ist echt übel. Boah! Wie viele Helden hat der denn bitte? 4, 9, 12, 17, 22 Helden. Ich hab grad mal 5, 6, 7, 9. Nee, gar nicht. 3, 2, 5, 6, 7, doch, 9. Hawkeye und Black Cat. Geh'n da für ne geile Uniform an. Hawkeye gefällt mir so überhaupt nicht. Ja, ja, ist gut. Muss ich nicht übertre... Nicht übertreiben. Ja, jetzt darf er natürlich wieder tausendmal angreifen. Betäubt auch noch. Das ist ja ganz toll. Ich wär' ja nach dran gewesen. Schallpfeil? Geschwächt. Schwindel. Hauptsache die Rüstung ist dran. Blitzen. Oh. Ey, die haben hier Teile in der Hand, ne? Das ist wahrscheinlich mal feierlich. Wo haben die die alle her? Oh, oh. Woher wusste ich das? Dass Dr. Strange nichts mehr machen darf. Aua. Alter, spinnst du? Na, das war jetzt mal für'n Arsch. So, das muss jetzt auch mal sein. Ich komm' wieder in die Goldene. Ihr könnt mich ja... Ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich komm' da jetzt rein. Das ist doch nicht zum Aushalten hier. Geht doch, wir sind wieder drin. So gerade eben. So, 21 Angriffe haben wir gemacht insgesamt, aber der Auftrag kam halt erst vor'n paar Kämpfen danach. 17 müssen wir noch machen. Aber ich möchte mich jetzt mal irgendwie ein bisschen absetzen. Aber ich komm', da kommt Wolverine. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Das ist aber ne neue Rüstung, würde ich mal sagen. In Captain America. Gerade. Schönen Null. Oh, ne. Der tut immer so... Der macht doch vor allem viermal Schaden. Was find' ich so heftig? Ja, betäuben ihn noch. Ja, toll. Der darf auch nicht angreifen. Ja, jetzt werden die noch stärker hier. Gibt's doch nicht. Drecksack. Feichling. Alter, Alter. So, das war's. Auch wenn Iron Man nicht überlebt, aber... Er darf jetzt aber, ja? Gott sei Dank. Boah, Gott sei Dank. So, wir haben uns etwas abgesetzt. Juhu! Ja, wir sind bei 20. Wir sind da eben mal... Wir sind also... Wir sind jetzt das erste Mal auf Überrang 900 und sind bei den Top 20%. Wann kommen wir eigentlich in die nächste? Das weiß ich gar nicht. Bei 30 Angriffen, aber Top-Rang 10%. Dann wären wir eine Diamant-Liga. Oh, ne. Das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, da kommen wir eh nie hin. Das Schöne ist ja, sollte ich den Kampf jetzt verlieren, bleibe ich wenigstens noch da drin. Aber vielleicht geben wir ja sogar den Nächsten. Wer weiß. Wer ist das denn? Cyclops? Ach, du Scheiße. Jetzt kriegst du Schiss. Er darf nochmal, ne? Hat mir fast gedacht. Also, als Gegner ist die Rüstung übelst. Als Gegner. Oh, oh, nein. Oh, Dr. Strange kommt wieder zu gar nichts. Ja, 1100, du hast doch Schatten, ey. Flammen der Zerstörung. Aua. Okay. Warum müssten wir dann immer verlieren, wenn nicht gerade was sagt, dass was Gutes passiert ist? Das ist so unfair. Ne. Oh, Mann, 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 Mann. Kann doch alles nicht wahr sein hier. Ich will da bleiben. Um jeden verkackten Preis will ich da bleiben. Ich will anfangen. Gut. Oh, nee. Alter, die so viel Schaden machen. Alter, Alter. Wie weicht aber gut aus, die Frau? Ja, so langsam kommt mein Nitschappi, sie ist 8 Meter hoch. Also, ich ist Mahayuga. Also, das sammle ich gut weiter hier. Also, die BVP, also, ne? Japp, Autsch. Ja, ich muss direkt Zweifel von mir treffen. So, er darf mal wieder den Linderungsschub einsetzen. Also, Dr. Strange kommt zu fast nichts mehr. Da sieht man, was er für einen Unterschied ausmacht, wenn die Rüstung nicht geschmolzen ist. Kaum Schaden. Aber dafür hat die jetzt eine Menge Abzug. Dunkle Leere, zweimal Strahlung, einmal Unterkühlung. Das tut weh. Hallo, Jungs. Ich freue mich immer, wenn ich das lesen darf. Ja, der überlebt auch nie. Die überlebt gar nichts. Dein Defektor-Schild ist auch schon wieder weg. Och, Zukunftswissen. Ja, dann habe ich ja jetzt nicht mehr. Komischerweise. Ich habe ja kein Mahayuga mehr drin. Also, das kann ich ja jetzt eigentlich nur noch gewinnen. So, damit wir auch jede Attacke mal eingesetzt haben. Bong. Ja, wenn Iron Man aufsteigt, hat er auch den Unibeam. Da ist er nämlich Level 9. Ja, jetzt sind wir bei 21%. Rang 900 haben wir auch wieder gepackt. Jetzt will ich aber auch mal da drüber, da, da bleiben. Und jetzt nicht wieder verlieren. Nein, wir werden sterben. Weil ich tippe mal, dass jetzt kommen wird War Machine und Wolverine. Und es kommt War Machine und Wolverine. Woher wusste ich das? Er hat auch noch die neue Uniform. Oh oh. Ja, jetzt wird er mich hier wegballern. Autsch. Einmal. Ja, jetzt bin ich nochmal dran. Iron Man ist weg. Nee, er darf nicht mehr. Habe ich aber Schwein gehabt. Okay. Ah, du Vogel. Alter, Alter. Das war jetzt bestimmt 2000. Der hat einen Schatten. Der hat wirklich einen Schatten. Also Wolverine ist übel. Ja, ich hab's verstanden. Alter. Der wird ja gar nicht mehr auf. Ja, wir haben mal wieder verloren. Bei so einer Kombo. Krass. Vor allem Wolverine ist übel drauf. Werbung. Oh, wo kommt denn jetzt die Werbung her? Nein. 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 Oh, da kriegst du doch die Krise. Mensch, jetzt Kinder, ne. Ja, wir halten uns Tatsache jetzt seit drei Kämpfen da drin. Aber ich, ich, ich wollte jetzt mal was ausprobieren. Ich muss jetzt mal was gucken. Ich bin am überlegen, den Knöchelstich hier wegzumachen. Für. Äh. Äh. Probieren wir mal so. Und wir brauchen mal eine neue Uniform. Hab ich so das Gefühl. Wir müssen auch nochmal in den Laden. Ich brauch eine neue Uniform. Das ist ja nicht mehr normal. Okay. Ich will aber Generalist bleiben. Kommen wir uns erstmal die hier. Ich hab doch auf Ja gedrückt. Ich, 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 ich muss mich ein bisschen verbessern hier. Oh, ich seh schon viel besser aus. So, neue ISO 8. Aussauerangriff und Ausweichen. Der kommt auf jeden Fall. Gesundheit und Verteidigung. Dann haben wir hier Präzision. Und dann nochmal was zu Gesundheit und Angriff. So, jetzt haben wir uns mal ein bisschen vollgepumpt. So. Jetzt haben wir ein bisschen was getan. Weiter geht's. Ich will die Kombo auch nicht ändern. Ich find die Kombo so klasse. Hawkeye und Iron Man darf ich jetzt gegenüber treten. Ich, ich, ich seh es sofort. Ein Hawkeye ist scheiße. Ja, jetzt krieg ich's ab. Oh, ne. Na. Na, mach. Ha. Oh, okay. Huhuhu. Wunderbar. Brrrr. Also ich muss sagen, jetzt nach knapp viereinhalb Stunden, ich bin noch gar nicht erschöpft irgendwie. Komischerweise. Och nö. Betäubt auch noch, ja toll. Ich glaube, probieren wir mal unsere neue Waffe aus, die Eisenklinge. Boah, endlich mal eine, die richtig schön Schaden macht. Hätte ich nicht lieber auf Hawkeye gehen sollen? Ach, egal. Ach ja, er ist ja betäubt. Habe ich ganz vergessen. Ausgewichen. Null. Hahaha. Oh. Ja, ich glaube, das war's für Hawkeye. Für alle. Das war gut. So, wie viel haben wir denn jetzt? 18, noch 12. Ich glaube, das schaffen wir. Aber locker. So, wir haben's wieder etwas nach oben geschossen. Aber jetzt sehe ich wieder schwarz. Entweder kommt jetzt, also Iron Man glaube ich definitiv. Oder Hawkeye. Und dann auf jeden Fall die Unsichtbare. War klar. Wieder mit der Riesenwumme hier. Ja, das war klar. Ach ja. Scheiße, der darf ja nochmal. Der hat die... Die andere Rüstung. Zwar dieselbe, nur... Er ist jetzt... Wie nennt man dat? Äh, äh... Äh, vergessen. Tschüss. Aber immer ein... Es ist immer ein Hin und Her. Macht Käfig. Ja, immerhin. Weil... Äh... Ich halte mich zwar zur Zeit in der Goldenen Liga, aber... Äh... Das Problem ist... Ich komme aber auch nicht höher. Obwohl ich eigentlich war froh, dass ich da drinne bin. Ja, dat ist natürlich jetzt ganz toll. Ich verstehe das nicht. Nicht besetzbar. Ich kann nur aufladen. Ich kann nur aufladen. Und deswegen der Machtkäfig stecken. Ich stecke fest. Geil. Ja, geilo. Schild ist weg, aber jetzt bin ich auch tot. Ja, wie ich sag, jetzt bin ich tot. Ich bin tot. So, gerade eben, Top 24,39%. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Oh, schon wieder War Machine, aber auf Level 1. Ich glaube, die ist bestimmt nicht dabei. Wackel und Iron Man. Aber wie viele mittlerweile die Rüstung schon hier haben. Das ist schon erstaunlich. Da ist die Fackel ausgewichen. Das glaube ich doch gar nicht. Also, Dr. Strange darf wieder nichts tun. Oder darf er doch mal den Linderungsschub hier aktivieren? Ja, er darf. Nicht. Er darf nicht. Dank dem Strahlungskontakt. Doch, ich habe noch 13. Boah, habe ich eine Sahne. Ich darf auch nochmal angreifen. Das war natürlich dann für den Arsch. Der hat noch 8. Scheiße, jetzt sind meine Rüstungen geschmolzen. Autsch. Das sch Autsch. Das war's. Boah, Leute. Wenn ich den richtig schaden, mach ich nicht. Mach der nicht. Außer jetzt. Ja, das ist jetzt schön schwer. Das schaffe ich doch niemals. Ja, voll aus geht doch immer auf Aufladen, ey. Boah, ey. Jetzt ist er wieder dran. Aber doch geschafft. Drecksack. Drecksack. Jetzt fallen wir wieder raus. Ich war schon drin. Ich hab mich so lange da drin gehalten. Ja, ich wurde runterbefördert. Ja, ich weiß. Mann. Das ist um 3 Uhr morgens. Also ehrlich. Hm. Na toll. Na, immerhin trifft's alle. Ja, er meint wieder nicht mitzuspielen zu müssen. Die Fackel hier, ey. Und das ist doch für'n Arsch. Das war jetzt aber gemein. Alter, hast du einen Schatten oder wat? Ja, das war klar. So gemein. Ja, immerhin nix. So, die ist schon mal weg. Die Eisenklinge ist gar nicht mal so schlecht. Braucht's aber nur diese Reflektor-Faust. Die muss weg. Die geht mir nämlich tierisch auf die Eier. Die ist nämlich schlecht. Meint ihr auch, ne? Also die ist wirklich richtig schlecht. So, das hätten wir wieder. Ich glaub, wir sind wieder drin. Glaub ich. Ja, sind wir da drin. 24,75%. Wollt ihr das jetzt auch noch schaffen? Gleiche Gegner, nur jetzt mit der... Nee, gar nicht. Ach, ich weiß. Schon gar nichts mehr mit hier. Juhu. Ach, der hat das Phoenix-Ding wieder dabei. Oh, wunderbar. Iron Man ist schon fast Geschichte. Ich glaub, wenn er jetzt... Ich glaub, der ist kaputt. Jawoll, der durfte sich einmal angreifen. So, um dich brauch ich mich auch nicht mehr kümmern. Und um dich auch nicht mehr. So. Das ging jetzt aber wirklich flott. Das ging jetzt sehr flott. Aber dann nehm ich gerne so entgegen. Also hab ich kein Problem mit. Umso schneller schaffen wir auch das hier. Nee, gar nicht wahr. Das hier. So, so seh ich das besser. 22,43%. Und jetzt kriegen wir wieder einen, der sich gewaschen hat. Ist ja wohl logisch. Könnte hier selbe Kombo geben. Jo, Tatsache. Zum dritten Mal. Der macht nie mit. Die Wackel. Rüstungsschmelzen ist nicht sein Ding. Ausgewichen. Wunderbar. Das ist scheiße. Das ist noch beschissener. Ich muss ganz schnell immer die Unsichtbare loswerden, weil ich halte die für sehr gefährlich. Autsch. Ich weiß nicht. Ich halte die immer für gefährlich. Das ist ganz komisch. Aber die ist jetzt eh Geschichte. Und bye bye. Okay. So, dann kommen wir nämlich auch mal in den Geschmack, den hier mal wieder zu verwenden. Ah, wunderbar. So, jetzt kümmere ich mich um den Troll hier. Nö. Ich kümmere mich um den hier. Das wäre natürlich geil. Dann ziehen wir nämlich erst mal wieder richtig davon. Autsch. Das tat weh. Aber da kommen jetzt meine Jungs einmal kurz vorbei. Bringt zwar nicht viel, aber egal. Alter. Wir könnten doch noch verlieren. Sehe ich gerade. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Acht noch. Immerhin hat das geklappt. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn geschlagen. Gott sei Dank. Jetzt geht doch nicht wieder. Wir sind bei 19,87%. So niedrig war ich noch nie in meinem ganzen Leben. 911. Ruft einer mal die Polizei. Unsere Rangstufe hat die Polizei in Amerika Nummer. Das geile ist ja, ich habe das mal gemacht. Ich habe mal aus Spaß die 911 angerufen. Dann habe ich mir dabei gedacht, ich lande in Amerika. Nö, bin ich gar nicht. Ich bin auf einer normalen Polizeistation hier in Deutschland gelandet. Das war natürlich nicht schön. Ich habe gedacht, nö, das darf doch nicht wahr sein. Ich habe gedacht, die spinnen doch, die Römer. Mal gucken, was da jetzt auf uns zukommt. Die Fackel und Iron Man. So, jetzt machst du aber mit, du Fackel. Ja, geht doch. Machst du nach? Nein, er macht nicht nach. Na, Stragungskontakt. Mal gucken, ob ich das überlebe. Ja, müsste ich. Müsste ich. Müsste ich. Müsste ich. Boah, macht das schön Schaden dann immer. So, Linderungsschub. Und Iron Man ist weg. Das ist das Schöne. Der kann meine Rüstung schon mal nicht schmelzen. Deswegen will ich den dann immer so schnell wie möglich auch kaputt machen. Okay, Dr. Strange ist hinüber. So, jetzt kümmere ich mich um dich. Hast du denn alles? Oh, du hast genug. Oh, komm, du mal ruhig mit der Mahayuga. 3,33. Du musst dreimal einen ausgeben. War eine Schnapszahl, mein Freund. Ausgewichen. Aber auch eine schöne Knarre. Autsch. Na, dann überlebst du nicht mehr, mein Freund. Jawohl, wir ziehen uns immer weiter davon in der Goldliga. Oh, das war jetzt aber fies. Okay. Tschüss. Der wollte es nicht anders. Tut mir leid. Der wollte es nicht anders haben. So, was sagt er denn jetzt hier? 17,85%. Rang 925. Krass. Das ist echt krass. Das ist heftig. Das ist so heftig. Ich glaub das alles gar nicht. Ich glaub, ich träume immer noch. Okay, das geht jetzt, glaub ich, schief. Jetzt hab ich das Gefühl, dass das jetzt schief geht. Ui. Obwohl das schon mal gut war. Das war jetzt wieder scheiße. Das steht ausweichen, aber passiert trotzdem. Ja, das ist toll. Als Zusatzangriff die Walther-Dämpfe. Das ist... Das ist... Das ist nice. Aber immerhin ist der Captain America schon mal weg, der Spinner. Wiederhorn heißt das Ding in. Cool. Das Riesending. Und lässt einen verbrennen und bluten. Krass. Autsch. Autsch. Und nochmal. Das war's für Iron Man. Oh, mit was geht da? Irgendwas musste ja mal schief gehen. Nach so schönen Siegen in Folge. Egal. Wir bleiben erstmal in der Goldliga. Autsch. Okay. Wir haben verloren. Ja, ich hab's hingenommen. Nächster Kamm. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen. Wir sind bei 4 Stunden 49 mittlerweile. Wow. Oh, ne. Ich hasse die Rüstung als Gegner in der Fackel. Und die Unsichtbare noch mit der 9. Oh, das verlieren wir jetzt auch wieder. Das hab ich im Gefühl. Ich weiß nicht. Ich hab's im Gefühl. Das geht alles jetzt schief. Ja, geht sogar durch das Schild durch. Das ist krass. Das müssen für die Unsichtbare eigentlich reichen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, ich hasse Anihilation-Wade. Oh, ich hasse Anihilation-Wade. Jawoll, auch weg. Ja, wir haben's. Ich glaub, wir haben's. Also, das kann... Das kann denn alleine nicht gewinnen. Wir halten... Der übelsten Kombo hier mit zwei Uniformen hier stand. Das find ich richtig krass. Mit der Eisenklinge haben wir auch eine richtig geile Granate hier rausgeholt. Oh, oh. Da sieht man schon, wer kommt. Nö, Hawkeye und Punisher. Wow. Das waren aber viele Angriffe. Die kommen direkt schon mal vorbei. Finde ich auch klasse. Bogenreaktorladung. Aha. Deswegen wahrscheinlich, ne? Warum kommt der jetzt auf einmal? Wo kommt der denn her? Warum darf der das? Oh, oh. Klebriger Pfeil. Iiii. Mach das weg. Okay. Nichts. Ich bin mir, was ich. Ich bin mir, was ich. Ich bin mir, was ich. Ich bin mir. Nein. Oh, gibt's nicht. Bloß nicht. Halt, Deflector-Schild. Halte! Zwei. Hab ich eine Sahne. Alter, das geht ganz schön ab hier jetzt. Bäh, Annäherungsmine. Okay. So, weg. Treff bloß. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Oh, wir haben's geschafft. Wow. 15,66%. Also, das hätte ich nie mit... Drei Kämpfe noch. Wir haben noch ein paar Minütchen. Das heißt, das sind auch die letzten dann für heute. Dann ist die Jubiläumsfolge fast vorbei. Ui. Jetzt bin ich aber ganz klar im Nachteil. Und das werde ich jetzt 100% verlieren. Wer ist das denn? Hercules? Iron Man und Hercules. Also, das werde ich jetzt aber verlieren. 100% Weil er könnte Dr. Strange jetzt viermal angreifen. Oder so geht's auch. Oh mein Gott. Jetzt guck ich mal, was Hercules hier so drauf hat. Geschenk der Schlacht. Verstehen muss ich nix, aber... Aha. Das bewirkt... Hä, 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 hä. Mag es hart. Töten... Meine Fresse. Was labert der da? Plus 200... Stein der Alten. Aua. Ich hab ne Wunde. Jetzt geht er da rauf. Das war klar. Oh, er darf nochmal. Nein, da war nicht. Oh, der gibt's doch nicht. Aber wenn du so haben willst... Kannste haben. Ist nicht so schlimm. Okay. Das war... Gemein. Muss ich ja eh machen. Na, viel war es nicht. Ach, jetzt... Oh, jetzt verliere ich... Zwei auf jeden Fall. Oder auch alle. Sag ich doch, das verlieren, wa? Habe mir fast gedacht... Ja, Hercules ist ja mal übel. Nächster Kampf. 17,45% immer noch. Sind sehr niedrig. Prozentmäßig. Ja, Fakkel spielt wieder nicht mit. Du bist mir auch so ein Opfermesser. Boah, jei, 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 jei. Als wär nix gewesen. Die haben doch kaum mal abgezogen. Und ich hab schon zwei... Einer ist fast tot. Der andere hat die Hälfte weg. Oh, Dr. Strange ist schon mal weg. Ja, nee, ist klar. Och, nö, ey. Sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. Weg. Ja, nee, ist klar. Null. Warum null? Och, das scheiß Licht. Noch acht. So, jetzt sind wir dran. So, die Fünf-Stunden-Marke ist gefallen. Sie ist gefallen. Wir haben fünf Stunden am Stück aufgenommen. Oh, Mann. Das ist hart. Ach, nee. Aber einen machen wir noch. Ich will das hier wenigstens noch abschließen. Oh, jetzt kriege ich auch langsam wirklich einen trockenen Hals. Das ist so nach fünf Stunden. Kein Wunder. So, der allerletzte Kampf für heute. Das Ding in einer neuen Rüstung. Auch geil. Was man so sieht, wenn man in der goldenen, in der goldenen, ihr wisst schon, was ich meine, sind. In der goldenen Liga. Ach, der hat auch so einen Scheiß. Düster-Zepter. Ja, willkommen in der Hölle. Ich kann's gar nicht glauben, dass die 100. Folge jetzt schon vorbei ist. Ich kann mir gar nicht wie fünf Stunden vor. Bin ich ehrlich. Ich kann's gar nicht. Ja, aber es hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Das muss ich auf jeden Fall festhalten. Das war geil. Ja, nee, ist klar. Wo holst du denn so einen Scheiß wieder raus? Trotzdem null Schaden. Ja, da muss ich wohl noch mal die Rüstungsschmerzkanone rausholen hier. Die Laser. So. Geht doch. Huih. Oh, jetzt kommt zum Schluss noch mal Werbung. Das darf doch nicht wahr sein. Aus. Nein, ich will kein Gold kaufen. Wir kriegen 25 unnatürliche Tresorkisten. Noch eine kommt nicht. Eine Aufgabe. Ja, wir sind stehen geblieben bei 38 PvP-Kämpfen. Wir haben drei Missionen hier geschafft. Also die vierte ist dabei. Das ist alles in fünf Stunden. Wir haben viel zum Trainieren. Wir sind etwas in der Story weitergekommen. Sind vier Level aufgestiegen. Haben Tresorkisten gekommen, die wir jetzt auch noch mal öffnen. Und zwar zweimal. Was gibt's denn? Guck. Zwei Kommandopunkte. Das ist schon mal schön. Und wir kriegen ein neues Heft. The Amazing Spider-Man. Da haben wir schon drei davon. So, dann machen wir jetzt direkt weiter. Und öffnen den nächsten. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon sieben Kommanden. 16 Kommandopunkte steht da auf einmal. Wir haben 16. Ein Duplikat. Schade. Ja. Oh. Überspringen. Das wollte ich gar nicht lesen. Nein, habe ich alles schon vorgelesen gehabt. Ja. War wunderschön. 100 Folgen Marvel Avengers Alliance. Ich freue mich schon auf die nächsten. 100. Dann haben wir 200. Aber bis dahin kommt. Das dauert noch. Ja. Ich wollte mich auf jeden Fall noch ganz recht herzlich bei allen bedanken, die mich hier mit anfragen zu bombardieren. Macht ruhig so weiter. Ich finde es gut. So kriege ich wenigstens auch ein bisschen was zusammen hier. Weil ich spiele es ja bei Facebook und nicht wie mir schon einige gesagt haben, die selber bei Playdohm oder wie es heißt spielen. Ja. Und ich wollte mich nochmal bei allen bedanken. Ich wollte mich bei... Ich nenne euch jetzt auch alle einzelnen Namen. Ich wollte mich beim Sepp bedanken. Beim Abro. Beim Alexander. Beim Richard Alexander. Beim Christian. Beim Marco. Bei Andre. Den hier muss ich nicht. Das bin nämlich ich. Beim Marco. Bei Andre. Bei Jonas. Bei Dennis. Bei Heiter. Bei Astas. Bei Ray. Beim Heiko. Beim Manfred. Beim Dominik. Beim Mirko. Beim Danger Mike. Beim Klaus. Beim Tobias. Beim Dominik. Ein anderer. Beim Ilias. Beim Dennis. Stolze. Beim Sahand. Beim Philipp. Beim Malcom. Bei Kaleb. Renato. Beim Felix. Beim Rick. Und beim Sebastian. Bedanke ich mich ganz herzlich. Dass ihr mir Freundschaftsanfragen geschickt habt. Um mit mir hier einzusteigen. Ich finde das klasse von euch. Ich hoffe wir machen auch noch weiter so. Bis irgendwann Folge 200. Oder vielleicht auch noch weiter. Keine Ahnung. Marvel Avengers hört ja nie auf. Die haben ja immer was Neues. Neue Spezialoperationen. Neue PvP's. Ich bleibe am Ball. Ich werde Marvel weitermachen. Solange ich will. Und solange ich Lust habe. Lust habe ich sowieso immer. Also aufhören wird es nie. Ja. Dann würde ich sagen. Danke. Vielen vielen Dank an alle. Weil. Also die Folge wird so am Sonntag hochgeladen. Ich muss die wahrscheinlich schon nachts hochladen. Damit die irgendwann abends online ist. Bei 5 Stunden. Ich will gar nicht wissen wie groß die wird. Und. Ja. Ich hoffe euch hat. Ich hoffe es hat euch gefallen hier. Wenn ihr das gesehen habt. Ähm. Wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch. Oder wenn es euch nicht gefallen hat. Daumen runter. Wenn ihr was zu sagen habt. Schreibt es in den Kommentaren. Ich bin einfach nur sprachlos über 100 Folgen Marvel. Das hier war die Jubiläumsfolge. Ich wünsche euch alles alles Gute. Wir sehen uns dann ab Folge 101. Dann wieder. Ich bin raus. Euer Mucke.